Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 56 vom 19. Mai 2017. Die Aufnahme startet um 16.49 Uhr Ortszeit. So ist es. Mit Philipp Banse und mit Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid und auch natürlich ein besonders herzliches Willkommen für unsere neuen Hörerinnen und Hörer. Denn an den Statistiken sehen wir ja mit großer Freude, dass es eigentlich jede Woche mehr Menschen sind, die uns zuhören. Ganz toll. Econ spiele nach Lage der Nation. Ja, das ist glaube ich unser jüngster Hörer. Vielen Dank für die Zuschrift. Er ist also ein Kleinkind, was Amazons Echo bedienen möchte und eben ihm zuruft. Spiel mal Lage der Nation. So muss es sein. Sehr schön. Ja, der Papa hat nämlich versucht, Amazon Echo zu trainieren, damit es die Lage automatisch abspielt. Man nennt das neudeutsch, glaube ich, ein Skill. Ja, also ein Skill, eine Fähigkeit. Bringt man Echo dann diesem Amazon-Gerät, bringt man ein Skill bei, indem man das gute Stück trainiert. Und ja, der Vater hat uns geschrieben, das hat einfach ein bisschen länger gedauert, deswegen hat er seinem Echo das ein paar Dutzend Mal vorsprechen müssen und wie Kinder so sind. Kinder lernen schnell. Wunderbar. Wir fangen an mit den USA, weil diese Woche sich da doch einiges getan hat, was weit über das übliche Trump-Theater hinausgeht, was wir jetzt seit knapp vier Monaten beobachten können. Wir hatten das ja in der letzten Lage schon angedeutet, beziehungsweise ausführlich besprochen, dass Trump eben den FBI-Chef gefeuert hat und als wir damit fertig waren, quasi kam eine Schocker-News nach der anderen und wir dachten, das steht heute mal am Anfang der Sendung. Bevor wir da in die Bewertung reingehen und so ein bisschen gucken, wie das denn jetzt so weitergeht, müssen wir glaube ich nochmal kurz die Chronologie gerade ziehen. Also nach, kurz nach, also sag mal so, ich fang mal anders an. Wir erzählen die Chronologie mal so, wie sie sich jetzt darstellt, nicht wie sie aufgetaucht ist. Also was wir wissen ist, dass Donald Trump sieben Tage, ein paar Tage nach seiner Inauguration, nach seiner Intronisierung den damals amtierenden FBI-Chef Comey zu sich gerufen hat und gesagt hat, sag mal, hab ich deine Loyalität. Genau und das finde ich ist ein ganz wichtiges Konzept, denn es geht Donald Trump eben gerade nicht darum, dass Comey seinen Job nach Recht und Gesetz ausübt, sondern dass er bedingungslos Loyalität übt mit Donald Trump, was im Zweifel eben bedeutet, Loyalität vor dem Gesetz. Und das finde ich für einen Präsidenten schon auch mal eine extrem spannende Ansage. Ja, also man muss da sofort, also ich meine, man muss da sofort daran denken, dass eben, weiß nicht, glaube ich, die Wehrmacht war es, die halt nicht auf die Verfassung oder sowas eingeschworen wurde, sondern eben auf Adolf Hitler. Genau und zwar auf unbedingtes, unbedingten Gehorsam, ja und dass eben das ein Merkmal ist von undemokratischen Systemen, dass die Loyalität eben nicht der Verfassung, dem Gesetz gilt, sondern bestimmten Personen, im Zweifel denen, die sich da an die Staatsspitze katapultiert haben. Ja, also muss man sich mal reintun. Und das hat er zweimal gefragt und Comey hat gesagt, sie haben meine Ehrlichkeit. So, das war das. Dann, das muss man sehen, Comey war halt einfach ein ehrlicher Beamter. Comey hat das getan, was seines Amtes ist. Er hat sich, obwohl es in einer solchen vermeintlich geheimen Situation war, wo möglicherweise niemand was von erfahren hätte, hat er sich nicht hingestellt und Trump nach dem Mund geredet, sondern er hat quasi seinen Amtseid, seine Ehre als Beamter, als Strafermittler gewahrt und gesagt, Nein, Donald, du kriegst von mir, was meines Amtes ist, nämlich Recht und Gesetz. Und dann wissen wir jetzt aus Memos, die Comey geführt hat, wohl sehr penibel und nach jedem Treffen und alles, was passiert ist, hat er aufgeschrieben und aus denen wissen wir jetzt, dass er danach zu Trump gerufen wurde und Trump dann den Vizepräsidenten und alle rausgebeten hat aus dem Oval Office, um alleine mit Comey reden zu können. Und dann hat er ihn gefragt, so nach dem Motto, nicht mal dem Motto, sondern wörtlich, I hope you can let it go. Also gemeint ist, ich hoffe, du kannst die Ermittlungen gegen meinen Sicherheitsberater sein lassen. Let it go. Let it go. Let it go. Einfach, wenn man sich, also das Bild, das dahinter steht, ist so quasi, man hält ein Seil mit den Händen, ja, man hält ein Seil mit den Händen fest und dann lässt man das Seil los, ne, let it go. Zweimal hat er ihn das gefragt, so, ne, als er keine eindeutige Antwort bekommen hat. Drei Wochen später feuert er ihn, Comey, ja, hat Trump ihn gefeuert, erst wegen Hillary, 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 jetzt wissen wir, Schwachsinn, hat nichts mit Hillary zu tun. Das ist so krass. Trump hat es auch in einem NBC-Interview zugegeben, dass ihn diese ganzen Russland-Ermittlungen, die Comey geführt, die zu Comey geführt hat, auf die Nerven gehen, dass die weg sein sollen und dass das letztlich der Grund war, warum er ihn gefeuert hat. So, am Tag darauf kommt ein Tweet und sagt, ja, Comey, bevor der jetzt an die Presse geht und alles liegt, soll er doch hoffen, dass es keine Tapes gibt. Muss man sich mal vorstellen. Der Präsident droht seinem ehemaligen Mitarbeiter, bevor der auspackt, ja, überleg dir, was du sagst, möglicherweise habe ich ja unsere Gespräche mitgeschnitten. Im Oval Office. Im Oval Office. Ja, also ich muss gestehen, ich kann jetzt nicht sagen, ob das möglicherweise legal oder illegal ist, in Deutschland wäre das wohl illegal, ja, heimliches Mitschneiden von Gesprächen, aber ich finde das einfach ein starkes Stück, das hat, das hat einfach so was Gangstermäßiges, ne, so Erpressungen und das wird, 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 wird öffentlich auf Twitter getan. Das finde ich also schon einfach nur noch skurril und es zeigt auch so ein bisschen, finde ich, die Mentalität, die Donald Trump an den Tag legt, so eine, so eine völlige Rücksichtslosigkeit und so eine völlige, wie soll ich sagen, auch Bedenkenlosigkeit, ne, also er fragt sich gar nicht mehr, wie kommt das an, was ich tue, sondern es ist so die, die reine Machtpolitik, Machiavelli pur, ne, es muss halt irgendwie durchgeboxt werden. Ja, es gibt ja, viele reden jetzt darüber, dass er ein Kind ist, dass er eigentlich ein kindliches Gemüt hat, andere sagen, er ist einfach nur dumm, ein Narzisst, so jedenfalls, ich weiß nicht, ob Tag danach, aber ich glaube so am Tag danach, kommt Besuch. Nämlich, nach wirklich diesen ganzen Diskussionen und diesem super Thema Ermittlungen des FBI in die, in die, in die, in das Wahlkampfteam, in das Wahlkampfteam, hat das Wahlkampfteam mit den Russen kooperiert oder sich koordiniert, um die Wahlen zugunsten von Trumps zu beeinflussen, kommt am nächsten Tag der russische Außenminister zu Besuch, am nächsten Tag und die US-Presse wird nicht reingelassen ins Oval Office, nur ein russischer Fotograf und nur wegen dem wissen wir, dass auch der russische Botschafter in Washington bei diesem Treffen dabei ist. Also der Typ, der sozusagen im Mittelpunkt dieser ganzen Ermittlungen stehen dürfte. Ja, weil ja immerhin ein enger Mitarbeiter von Donald Trump gerade wegen Gesprächen mit diesem Botschafter gehen musste, nämlich Herr Flynn. Und weil Jeff Sessions, der sozusagen amtierende Justizminister, Gespräche mit diesem Botschafter unter Eid nicht zugegeben hat. Und deswegen sich selber jetzt quasi aus diesen Ermittlungen zurückgezogen hat. Also dieser Typ. Diese beiden Typen laufen da im Oval Office auf, keiner ist dabei, also jedenfalls keine Presse, nur dieser russische Botschafter und Donald Trump macht den Angeber und sagt, hey Leute, wisst ihr eigentlich was, wir haben so geiles Intel, so geile Geheimdienstinformationen, diese Laptop-Bomben da, die ISIS, was die da vorhaben, Jungs, ich sag euch. Das knallt richtig. So, davon wurden natürlich Protokolle erstellt von diesen Gesprächen. Auf russischer Seite? Ja, ich glaube auch auf amerikanischer, also New York Times hat geschrieben, die wurden dann an Mitglieder des Sicherheitsrats oder wie heißt es, ja, Security Council verteilt und denen ist der Kiefer runtergefallen. Dass Trump irgendwie mega, 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 mega geheimes Zeug, was wir jetzt wissen, was von den Israelis kam, ausgeplaudert hat. Und die Israelis hatten das natürlich auch nicht erfunden, sondern die haben wiederum Quellen bei ISIS sitzen. Und das ist genau der Hintergrund, weswegen das so gefährlich ist, denn das hängt immer so ein bisschen von den Details dieser Informationen ab. Aber wenn ISIS jetzt nicht völlig doof ist, haben die natürlich auch sowas wie Gegenspionage, schauen, was wissen andere über uns. Und möglicherweise lassen sich diese Informationen dann nämlich zu bestimmten Personen zurückverfolgen und da muss man schon mal sagen, da dürften dann im wahrsten Sinne des Wortes die Köpfe rollen. Also ISIS ist ganz sicherlich nicht zimperlich, wenn es darum geht, Verräter in den eigenen Reihen kaltzustellen. Genau und die große Aufregung war jetzt halt, weil wohl in Geheimdienstkreisen es halt gilt, die Quelle, die dir eine Geheimdienstinformation gibt, die muss bestimmt darüber, wer das noch erfährt. Und die Israelis haben wohl offensichtlich nicht zugestimmt. Trump hat es ausgeplaudert, jetzt wissen es die Russen. Die Russen haben natürlich Kontakte nach Syrien, haben natürlich Kontakte nach Teheran und wenn es irgendeinen Feind von Israel auf der Welt gibt, dann ist es Teheran. Und also da scheint wohl gerade so die Hecke zu brennen. Ja, das nehmen wir ganz am Rande, weil das Stichwort auch in Deutschland verschiedentlich diskutiert wurde. Das nennt man übrigens die Third-Party-Rule, dass du halt, wenn du Geheimdienstinformationen von einem anderen Land bekommst, das wiederum nicht weitergeben darfst an eine dritte Partei, Third-Party, sondern du musst dann halt deine Quelle nochmal konsultieren. Das war in Deutschland nämlich großes Thema bei der sogenannten Selektorenliste. Also die NSA hat ja dem BND eine Liste von Suchbegriffen übermittelt, mit dem der BND dann wiederum eigene Daten durchgefiltert hat nach Begriffen, die für die USA spannend sein könnten. Und da war dann die große Frage, was war denn bei diesen Selektoren eigentlich so alles enthalten oder in diesen Selektoren enthalten. Und die Bundesregierung hat, gab es viel hin und her, aber die Bundesregierung hat im Ergebnis halt verhindert, dass die Selektorenliste von dem NSA-Untersuchungsausschuss geprüft werden konnte. Und das Argument war immer die Third-Party-Rule. Also die Amerikaner haben halt nicht zugestimmt und der NSA-Untersuchungsausschuss galt dann jedenfalls aus Sicht der Bundesregierung als Third-Party. Ja, weil also nur der BND das wissen durfte, aber nicht die Parlamentarier. So, und das war die große Aufregung, dass Trump da halt erzählt hat, wie ist es wohl plant, mit, sagen wir mal, mit Sprengstoff versehenen Laptops, die so erstmal nicht zu detektieren sind, zivile Flugzeuge in die Luft zu sprengen. Und hat dann wohl auch die Stadt genannt, in der die Israelische Quelle saß und, und, und. Also das war großes, großes Theater. Ja, und vor allem der Punkt ist, also ob wir das rechtlich einzuschätzen, ist so ein bisschen schwierig. Die Third-Party-Rule ist halt im Wesentlichen so eine Art, so eine Art Gentleman's Agreement unter Geheimdiensten. Da gibt es anscheinend, da ist ja alles nicht justiziabel, du kannst ja als Geheimdienst jetzt deine anderen Kollegen nicht verklagen, sondern das sind halt Regeln, die muss man halt einhalten, sonst darf man nicht mehr mitspielen im Sandkasten. Und deswegen kann man das rechtlich nicht so richtig beurteilen und aus rechtlicher Perspektive muss man auch sagen, Donald Trump ist der Chef der US-Administration, das heißt, er hat die Möglichkeit, der US-Verwaltung, ja, er hat die Möglichkeit, jede Sicherheitseinstufung aufzuheben, notfalls auch durch schlüssiges Handeln konkludent. Also wenn Donald Trump sagt, das ist jetzt nicht mehr geheim, ist das nicht mehr geheim, Punkt. Jeder andere wäre wahrscheinlich hätte, wären ernsthafte Schwierigkeiten gekommen. Ja, jeder andere hätte unter Umständen, wenn er Pech gehabt hätte, auch sogar wegen Spionage oder sowas in der Richtung angeklagt werden können. So, aber er hat es halt ausgesprochen und legal kann man ihm da wohl nichts, aber das ist halt, sagen wir mal, diplomatisch oder auch strategisch-taktisch suboptimal. Suboptimal, ja. So, dann kam am nächsten Tag, nee, ich weiß nicht, aber ein paar Tage, kann nicht viel gewesen sein, das war alles in der letzten Woche, kam halt die Meldung, dass eben ein Special Counsel ernannt wurde, nämlich vom stellvertretenden Justizminister Rosenstein, weil Jeff Sessions, der sich zurückgezogen oder aus diesen Sachen raushalten will, hat halt Rosenstein den ernannt. Und da haben sie halt jemanden ernannt, der von links wie von rechts von allen über jeden Zweifel offensichtlicher haben ist, nämlich Herr Moller, ehemaliger FBI-Chef, zwölf Jahre unter Bush und auch unter Obama. Ja, und ich meine, das muss man natürlich sehen, das ist eine Person, die als solche erstmal Vertrauen genießt, ne. Das heißt, wenn man will, kann man das deuten als so eine Art back to normal, ne, also als den Versuch der US-Administration unter Trump, jetzt sowas wie Normalität zu schaffen und auch wiederum Vertrauen zu gewinnen, indem man einen Ermittler einsetzt, der jedenfalls nicht per se in dem Verdacht steht, irgendwie befangen zu sein zugunsten von Donald Trump. Also alles, was ich gehört habe, ist so nach dem Motto, extrem detailversessener, extrem penibler, extrem unabhängiger, über jeden Zweifel erhabener Ermittler und der wurde auch mit einem Mandat ausgestattet, was ziemlich weitreichend ist, nämlich a, natürlich in diese Russland-Verbindung reinzugucken, aber eben auch alles zu verfolgen, was sich daraus noch so ergibt. Also insbesondere diese Manipulation, die Donald Trump da sich geleistet hat, ne, möglicherweise, müssen wir mal schauen. Also wir erzählen das so prominent am Anfang der Sendung, weil wir einfach fanden, dass das nochmal eine, im Grunde eine Steigerung ist, dessen, was wir bislang über Donald Trump gedacht haben. Wir haben ja in den ersten Wochen nach der Amtsübernahme schon eine ganze Menge von Details berichtet, die aus unserer Sicht so irgendwie in Richtung Gleichschaltung des Staates wiesen und ich denke, das passt jetzt so ein bisschen in dieses Thema im Grunde rein. Das ist jetzt ein bisschen im selben Fahrwasser und die, was wir gerade geschildert haben, aber die Berufung von Müller geht eigentlich so ein bisschen eher ins Gegenteil, denn den dürfte Donald Trump so nicht so ohne weiteres in der Hand halten, denke ich mal. Also Müller kann ja gefeuert werden, er ist ja sozusagen nur dem Rosenstein verantwortlich, dem erstattet der Bericht, nicht so oft und nicht so hochfrequent, wie das normalerweise der Fall wäre, aber Rosenstein kann ihn wieder entlassen. Ja, aber das Ding ist ja, der Mann ist ja quasi Pensionär, ne, das heißt, der hat jetzt, der hat im Grunde sein Berufsleben hinter sich, ne, das heißt, der ist also, denke ich mal, nicht so wahnsinnig erpressbar. Ne, genau, also dem zu sagen, du, sonst gehst du, sagt er, ja. Ja gut, dann geh ich wieder golfen, ne. Also da sagen schon viele, das ist ein großer Schritt nach vorne und es ist ja ein bisschen die Frage jetzt, ne, wir haben lange darüber gesprochen, kann Donald Trump die Institutionen schleifen, die Gewaltenteilung aufheben und dieser Move und dieser, sagen wir mal, institutionelle Widerstand auch aus dem Justizministerium, ja, könnte ja und auch aus dem FBI, ja, könnte ja darauf hinweuten, dass es da doch eine gewisse Resistenz gibt. Also ich glaube, das muss man differenzieren, wirklichen Widerstand gab es, denke ich, ziemlich deutlich aus der Justiz, es gab ja eine ganze Reihe von Beschlüssen, zum Beispiel gegen den sogenannten Muslim Ban, da hat Donald Trump vor Gericht weitgehend verloren, muss man sagen, auch bei konservativen Richtern. Und auch gerade so persönliche Angriffe gegen Richter haben ganz sicher nicht dazu beigetragen, sein Standing in der Justiz zu verbessern, also das ist, denke ich mal, die Säule des amerikanischen Staatswesens, die noch relativ solide steht. Da muss man natürlich sagen, mit der Zeit dürfte Donald Trump hier seinen Einfluss auch stärken, denn er kann ja jetzt alle Bundesrichter ernennen, also nicht alleine, er kann die vorschlagen, der Senat muss die bestätigen, aber über die Jahre wird Donald Trump natürlich auch in der Justiz eine Art Fußabdruck hinterlassen. Aber im Grunde, die Justiz steht noch in den Vereinigten Staaten und was die Exekutive angeht, die wird von ihm, denke ich, jedenfalls bisher am meisten umgekrempelt, indem er eben sehr, sehr viele Mitarbeiter austauscht. Ich habe im Deutschlandfunk neulich die Zahl von 4000 Beamten gehört, die jetzt erstmal ausgetauscht werden, nicht alle Stellen sind schon ausgetauscht worden, aber da ist er gut dabei. Und irgendwo so in der Mitte ist es bei der Legislative, also es gibt zwar republikanische Mehrheiten, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, aber wie man gesehen hat, bei dem ersten Versuch, die Gesundheitsreform Obamacare zurückzudrehen oder weitgehend zu schleifen, ist Trump gescheitert, an seiner eigenen Partei letztlich. Das heißt also, wie sich die Gesetzgebung entwickeln wird, ist nicht so ganz klar und auch zum Beispiel bei der Budgetgesetzgebung ist Donald Trump ja durchgefallen mit seinem Versuch, sich die Mauer nach Mexiko bezahlen zu lassen. Also es ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir uns in den ersten Wochen das vorgestellt haben. Bisher nicht, ich meine, wir sind vier Monate in, vier Monate haben wir den jetzt, das fühlt sich an wie drei Jahre, aber es sind vier Monate und die große Frage ist jetzt so ein bisschen, wie geht es weiter? Es ist definitiv jetzt ein bisschen Ruhe reingekommen, ja, das denke ich, kann man sagen. Ja gut, ich meine, Comey war, letzte Woche haben wir das ja besprochen, die Entlassung von Comey war nochmal echt ein Tiefschlag, da dachten alle, oh Gott, jetzt geht das weiter, diese quasi feindliche Übernahme des amerikanischen Staates. Das ist jetzt so ein Stück weit zurückgedreht vielleicht mit der Änderung von Müller, aber wie du schon sagst, wie es weitergeht, also FBI-Chef ist momentan noch ein bisschen unklar. Genau, also weitergehen, steht jetzt im Prinzip, gibt es zwei Optionen, die jetzt immer viel diskutiert werden. Das eine ist Impeachment, das würde heißen, unter bestimmten Bedingungen kann das Parlament den Präsidenten quasi entlassen und da muss das Repräsentantenhaus mit einfacher Mehrheit zustimmen. Dann geht es in den Senat, der muss mit zwei Drittel Mehrheit zustimmen und das ist der Punkt, warum das halt momentan eigentlich sehr, sehr, sehr weit weg ist. Es gibt da bestimmte Bedingungen, an die das geknüpft ist, wann so ein Impeachment gemacht werden kann, aber da kann ich nur einen Artikel empfehlen im New Yorker, How Trump Could Be Feiert. Ja, der ist super. Der ist super, da steht das genau drin und Bottom Line ist, ja es gibt diese Bedingungen, an die das geknüpft ist und da letztlich entscheidet aber das Parlament, ob die gegeben sind oder nicht und wenn das Haus einfach zustimmt und der Senat mit zwei Drittel Mehrheit zustimmt, dann ist Trump entlassen und Mike Pence eben dann wahrscheinlich Präsident. Genau und das muss man dazu sagen, es ist im Wesentlichen eine politische Entscheidung, ja also es wird immer so gerne gesprochen von Präsidentenanklage, das klingt so justizförmig, es ist im Ergebnis eine politische Entscheidung, das heißt also das Schicksal von Donald Trump hängt im Wesentlichen davon ab, ob er den Rückhalt in der eigenen Partei verspielt. Es gab jetzt bei der Entlassung von Comey erste Anzeichen dafür, dass es eine ganze Reihe Republikaner gab, denen es jetzt mal langsam reicht, aber bislang hat er denke ich noch eine relativ breite Mehrheit im Senat. Genau und die zweite Option ist das sogenannte 25th Amendment, das besagt im Kern, dass eine Mehrheit im Kabinett und der Vizepräsident quasi den Kongress darüber informieren können, dass der Präsident unfähig ist, seine Pflichten im Office zu vollführen. Genau um das mal so ein bisschen transparent zu machen, die Geschichte wie das überhaupt zustande gekommen ist ist ganz interessant und zwar wie gesagt 25th Amendment, das ist eines der jüngsten Amendments, also einer der jüngsten Verfassungszusätze und der ist zustande gekommen als Reaktion auf das Attentat auf John F. Kennedy, denn ich weiß nicht ob sich der ein oder anderen erinnert, also John F. Kennedy hat ja bei diesem Attentat in Dallas einen Kopfschuss erlitten und er ist an dem ja auch relativ bald verstorben, allerdings fragte man sich dann was wäre denn jetzt eigentlich gewesen, wenn er nicht verstorben wäre, sondern im Koma gelegen hätte. Interessanterweise gab es nach der amerikanischen Verfassung einfach keine Möglichkeit dieses Problem aufzulösen, also er wäre dann, obwohl er im Koma und handlungsunfähig gewesen wäre, weiterhin Präsident gewesen und niemand hätte seine Vollmachten übernehmen dürfen, bis er wirklich verstorben wäre und um dieses Dilemma aufzulösen hat man dann die Verfassung ergänzt und wie gesagt dieses Amendment hat Fälle vor Augen, wo der Präsident aus psychischen oder medizinischen Gründen dauerhaft handlungsunfähig ist. Das war quasi die historische Situation, aber wie das eben so ist bei Verfassungstexten, ist der Wortlaut relativ unklar und auch das ist eben letztlich wieder eine politische Entscheidung. Also es ist jetzt nicht so, dass da Mediziner die Letztentscheidung treffen, ob da jetzt keine Ahnung irgendeine psychiatrische Erkrankung vorliegt, sondern es ist auch das, der Obersatz ist ein anderer, die Kriterien sind andere, aber im Ergebnis ist auch das wieder eine politische Entscheidung, ob man denkt, dass er aus quasi psychiatrischen Gründen, mentalen Gründen nicht mehr in der Lage ist, das Amt auszuführen. Genau, also Mehrheit der Minister plus Vizepräsidenten können sagen, weg und wenn der Präsident widerspricht, muss der Kongress mit zwei Drittel zustimmen. Das ist so die Sache, die dritte Option, die es noch gibt, ist Obstruction of Justice, wird auch viel diskutiert, gerade vor dem Hintergrund, er hat den FBI-Chef um Loyalität gebeten, er hat ihn gebeten, Ermittlungen fallen zu lassen. Lass uns kurz sagen, was ist Obstruction of Justice eigentlich? Das ist ein Straftatbestand. Straftatbestand und mir scheint in den USA sehr hoch gehandelt, höher als hier. Ja, das kann man so sagen, es gibt einfach in Deutschland keinen vergleichbaren Straftatbestand, es gibt natürlich Straftatbestände, die Einzelaspekte von Obstruction of Justice abdecken, zum Beispiel gibt es natürlich Strafvereitelung oder auch Strafvereitelung im Amt zum Beispiel oder Rechtsbeugung, aber das deckt eben nur kleine Teile ab. Dieser Grundbegriff ist Obstruction und darin zeigt sich eben die besondere Respekt vor der Justiz in den Vereinigten Staaten. Es gibt ja auch Contempt of Court, wenn du also als Beteiligter an einem Verfahren oder als Zeuge oder als Zuschauer das Gericht provozierst, ist es ja auch eine Straftat, dann kann der Richter dich auch gleich direkt mal für ein paar Tage in Bau bringen. Ja, so zack. Also das ist das, was man hier vorhelfen, jetzt könnte man aus deutscher Perspektive sagen, natürlich ist es das, ja, also natürlich, wenn der den FBI-Direktor sagt, lass mal diese Ermittlungen da fallen gegen meinen Kumpel. Natürlich ist das mindestens Obstruction of Justice, aber da gibt es halt auch welche, die sagen, naja, also was man ihm halt nachweisen muss, ist nicht, dass das de facto tut, sondern dass er das de facto wollte. Dass das sein Mental State war, zu sagen, ich mache das jetzt, um. Um die Ermittlungen abzuschießen. Nicht so, wenn das so als Beiwerk daherkommt, so als Kollateralschaden, dann reicht das nicht, um ihm das wirklich nachzuweisen. Und da gibt es halt auch Anwälte, die sagen, mein Gott, ich rufe jeden Tag beim FBI an und sage, die sollen das Verfahren gegen meinen Mandanten fallen lassen. Gut, aber die schießen halt nicht den FBI-Chef ab, ne? Gut. Also diese Debatte gibt es. Diese Debatte gibt es und man muss natürlich jetzt sagen, wir haben das vielleicht jetzt so ein bisschen irreführend dargestellt, das ist jetzt nicht ein weiterer Grund, um ihn aus dem Amt zu kegeln, sondern das ist ein Straftatbestand. Deswegen könnten Ermittlungen geführt werden und das wäre ein weiterer Grund für ein Impeachment. Also zum Beispiel bei, es gab ja bislang nur zwei Impeachment-Verfahren in der Geschichte der USA, eins im 19. Jahrhundert und eins eben gegen Bill Clinton, wegen dieser Affäre mit seiner Praktikantin Monica Lewinsky. War Nixon, war das? Der ist zurückgetreten, bevor er zurückgetreten war. Sonst hätte es ein Impeachment gegeben, das ist auch sehr lustig, da gab es so eine Delegation vom Kongress, die ist bei Nixon aufgeschlagen, weißen Haus und hat ihm quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Mein Lieber, entweder du bist hier sehr, sehr bald zurückgetreten oder wir leiten das Verfahren ein. Und deswegen gab es eben nur zwei und das Clinton-Verfahren hatte auch zum Gegenstand den Vorwurf Obstruction of Justice, weil er da angeblich in diesem Skandal um seine Verbindungen im Oral Office, wie das dann so schön hieß, eben ein bisschen Monica Lewinsky ein bisschen zu nahe gekommen ist und da irgendwie nicht die Wahrheit gesagt hat. Nein, genau. Aber wie gesagt, auch dieses Impeachment, das hat Evan Osnos in diesem New Yorker Artikel gezeigt, da gibt es halt auch Wissenschaftler, die sagen, also als Grund für ein Impeachment würde schon sogar reichen, dieser Tweet, indem er diesen Richter angegriffen hat, hey, so-called Judge, der sozusagen gegen sein Band vorgegangen ist. Ja, mein Güte. Das hat auch in dem Interview gesagt, was ich verlinke in so einem Podcast, niemand weiß, wo die hinführen. Er sagt, diese ganzen Ermittlungen, auch was du gesagt hast, Clinton, das ist ja entsprungen aus uralten Geschichten, irgendwelchen fehlgegangenen Investitionen in den 70er Jahren und auf einmal sind da Zweige aufgegangen, Geschichten aufgegangen, die niemand hat vorhersehen können. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was bei diesen ganzen Ermittlungen, die da jetzt geführt werden, noch so rauskommt. Vielleicht als Abschluss zu diesem Blog, ich fand einen sehr schönen Tweet, die Tage, da geht es darum, dass die Vereinigten Staaten jetzt einen weiteren Flugzeugträger in Richtung Nordkorea auf den Weg geschickt haben. Und da twitterte ein Bekannter von Philipp und mir, der Ajuvo, auf Twitter, wenn nur noch ein Krieg vor Strafverfolgung schützt, wird der zur Not vom Zaun gebrochen. Also Donald Trump scheint weiterhin zu versuchen, mit militärischen Muskelspielen gegenüber Nordkorea so ein bisschen abzulenken von den innenpolitischen Katastrophen. Zum Abschluss von dem Thema vielleicht noch ein kurzer Hinweis, ich habe eine ganz interessante Doku gefunden, auf YouTube verlinken wir von Sembler, so einer holländischen Sendung, The Dubious Friends of Donald Trump, The Russians. Und da geht es halt im Wesentlichen darum, dass er angeblich in den 90er Jahren Geldschwierigkeiten hatte und sich deswegen bei dubiosen Quellen Geld leihen musste, unter anderem bei den Russen. Und eben ein Bauprojekt in New York hochgezogen hat, den Trump Soho heißt es glaube ich. Und die gehen halt, das hat er Hälfte Hälfte gemacht, Hälfte seine Firma, Hälfte eine andere Firma. Und in dieser anderen Firma sind wohl extrem dubiose Geschäftsleute aus Russland verwickelt. Und das lohnt sich das mal anzugucken. Also das, genau, das geht jetzt nicht um die Wahlen, aber es geht darum, dass er offensichtlich in der Vergangenheit mit sehr dubiosen Russen sehr dubiose Geschäfte gemacht hat. Verlinken wir mal. Aber er ist natürlich ein sehr seriöser Präsident. Guti guti, apropos, apropos seriös, nein, das, Philipp hat mich immer sehr davor gewarnt, das finde ich, hat er völlig recht, das war jetzt eine total bescheuerte Überleitung. Philipp hat, sagt mir, kleines Journalisten, einmal eins, apropos ist immer eine schlechte Überleitung. Ja, und wenn du keine Überleitung hast, dann lass sie und mach einfach ein nächstes Thema. Genau, nächstes Thema, Ransomware und WannaCry. Ransomware, auf gut Deutsch, Erpressungstrojaner oder Erpressungssoftware und ein ganz konkreter, nämlich der, der unter dem Stichwort WannaCry oder Ich will weinen bekannt geworden ist, hat in den vergangenen Tagen weltweit für Computerpannen gesorgt. Davon waren viele einfach nur ärgerlich, manche aber auch brandgefährlich. Zum Beispiel waren tausende von Rechnern des staatlichen britischen Gesundheitswesens, National Health Service oder auch NHS lahmgelegt, was dazu führte, dass in den Krankenhäusern wohl nur noch der Notbetrieb laufen konnte und massenhaft irgendwie Operationen vertagt werden mussten, mit anderen Worten. Das war im Grunde so ein richtiger IT-Security-Gauch. Die Bahn hat auch Werbung dafür gemacht, auf ihren Anzeigen-Tafeln. Also die Bahn war auch betroffen, weltweit, wirklich weltweit, Betriebe, Autofabriken, Krankenhäuser, die Deutsche Bahn, Verwaltung, Privatleute. Und also zählen ist immer schwierig, aber ich glaube so 200.000, 300.000 mindestens, die befallen wurden. Und im Prinzip ist relativ einfach. Genau. Vielleicht sagen wir das ganz kurz, was technisch passiert war. Die meisten von uns werden ja Microsoft Windows kennen. Da gibt es die sogenannte Dateifreigabe. Das heißt also, man kann im Grunde jeden Windows-Computer mit ein paar Klicks zu einem kleinen Dateiserver machen, sodass man also von einem anderen Computer übers Netzwerk auf diese Dateien zugreifen kann. Und in diesem Serverprozess steckte seit mehr als zehn Jahren eine bestimmte Sicherheitslücke. Das heißt also, man konnte alle Windows-Computer, die Dateien über das Netzwerk freigeben, nach dem sogenannten SMB-Protokoll, das ist dieses Microsoft-Fileschirm-Protokoll, konnte man über das Netz angreifen und dann auf diesem Rechner aus der Ferne Software ausführen. Und das hat diese WannaCry-Lücke ausgenutzt. Das heißt, die hat sich unmittelbar von Rechner zu Rechner verbreitet in einem insbesondere Firmennetzwerk. Das heißt also, wenn einer der Rechner in einem Firmennetzwerk infiziert war, dann hat sich diese Software über das Netz verbreitet und alle anderen Rechner auch infiziert, die die Dateifreigabe aktiviert hatten. Genau. Und Ransomware meint einfach, es wird halt ein Programm installiert, was deine ganzen Daten verschlüsselt. Und wenn du den Rechner anmachst, steht da halt nur, ups, deine Daten sind verschlüsselt. Schlüssel dafür hast du leider nicht, den können wir dir aber geben. Musst du zahlen. Musst du zahlen. Am Anfang waren es Pi mal Daumen irgendwie 300 Dollar in Bitcoin, wurde dann teurer, je länger es gedauert hat und irgendwann nach ein paar Tagen sollte es dann gelöscht werden. Das ist das Prinzip von dieser Erpresser-Software. Ja, und da war dann halt immer die Frage, wie wichtig sind die Daten, hast du Backups und so. Das Geld, was gezahlt wurde, man kann das ja bei Bitcoin relativ gut nachvollziehen, weil ja die Kontonummer sozusagen, auf die das Geld überwiesen wird, die ist bekannt, die kann man auch einsehen, da kann man auch sehen, wie viele Zahlungen da eingegangen sind. Man weiß halt nicht, wem dieses Konto gehört, aber man weiß, wie viel Geld drauf geht. Und das war relativ überschaubar. Nur ein paar, 10, 20.000 Dollar. Ja, 40, 30, 40, 50, glaube ich, waren es im letzten. Aber angesichts der Größe dieser Kampagne und des Umfangs fand ich das überraschend wenig. Spannende Frage, Philipp, da gab es ja dann so einen kleinen Disput, soll man eigentlich zahlen? Denn der Deutschlandfunk hatte Sandro Geiken, ja, so einen, wie soll ich sagen, sehr schillernden, möchte ich es mal formulieren, Sicherheitsforscher, früher mal CCC, hat sich jetzt mit dem CCC furchtbar zerstritten, aber wie seid, schillernd, gut vernetzt, großer PR-König. Jedenfalls Sandro Geiken hat wieder mal für Aufsehen gesorgt mit der steilen These, man solle möglichst schnell zahlen, denn irgendwann würden die Erpresser möglicherweise geschnappt und oder ihren Service, den Schlüssel zur Entschlüsselung der Dateien freizugeben, einstellen und dann würde man seine Daten endgültig verlieren. Was denkst du, macht das Sinn? Naja, also in der Vergangenheit hatten diese Erpresser-Software durchaus ein Interesse daran, einen guten Kundenservice zu bieten, ja, weil natürlich, das natürlich umso besser funktioniert, je besser die Leute zahlen, weil die verdienen nicht daran, dass die Daten gelöscht werden, sondern die verdienen, dass die Leute zahlen und wenn sich rumspricht, dass man zahlt und es wird trotzdem nicht entschlüsselt, dann bringt es halt nichts. Richtig. Also ich würde sagen, das ist eine Frage davon, wie wichtig die Daten sind, wie essentiell die sind. Ja, wenn du ein bisschen warten kannst, wenn du Geduld hast, werden sie vielleicht gefasst. Manchmal gibt es ja auch so dann so Re-Engineering-Sachen, wo dann der Schlüssel irgendwie doch wie rauskommt. Ja, das ist jetzt wohl der Fall. Ich habe das noch nicht getestet, aber auf Twitter kam heute gerade die Nachricht, dass irgendein Hacker wohl den Schlüssel extrahiert hat und jetzt in der Lage ist, die Daten zu entschlüsseln. So, wenn du so lange warten kannst, dann lohnt es sich vielleicht manchmal zu warten, wenn du aber es unbedingt, unbedingt schnell, schnell, schnell brauchst. Du hast kein Backup, warum auch immer, dann kannst du dir jetzt so als Strafe ins Gesicht schlagen, aber dann doch zahlen wahrscheinlich. Aber so als goldene Regel kann man das jetzt nicht einfach sagen. Ja, und außerdem muss man auch sehen, also mit dieser Art und Weise unterstützt man natürlich kriminelle Geschäftsmodelle. Und mit dieser Kohle, die da bezahlt wird, werden im Zweifel nur weitere Erpressungstrojaner entwickelt. Also die Lehre daraus muss sein, also da gibt es viele Lehren draus, aber für die Privatanwender und für alle, die irgendwie IT in irgendwelchen Firmen machen, Backup, Backup, Backup. Ich glaube, Backup ist die einzige Lösung, die einfach immer funktioniert, wenn das Backup gut ist und richtig und aktuell. Aktuell an verschiedenen Orten und natürlich irgendwie so, dass jetzt das nicht so einfach über Netzwerk verbunden ist, weil dann auch das Backup dann infiziert und verschlüsselt werden kann. Aber wenn du ein gutes Backup hast, dann kann dir so eine Verschlüsselung eigentlich, soll man nicht völlig egal sein, aber dann machst du halt platt und machst das Backup rein und ist wieder gut. Und das ist das Schöne ja zum Beispiel bei Mac mit der Time Machine. Da ist ja auch das ganze System mit gesichert, nicht nur deine Daten mit anderen Worten. Dann machst du halt die Festplatte platt, hängst die Time Machine dran, spielst es wieder auf. Zwei Stunden später ist der Rechner wie vorher. Das ist schon mal ganz schön. Also was sind denn jetzt die politischen Implikationen? Also zunächst mal muss man sagen, noch mal ganz kurz, dass man die Technik klar hat. Also es gab diese Möglichkeit, dass sich WannaCry verbreitet von Rechner zu Rechner. Wormable, wie das so heißt. Genau, wormable. Das heißt also normalerweise ist es ja so, die allermeisten Trojaner verbreiten sich darüber, dass man einen E-Mail-Anhang bekommt, da drauf klickt, dummerweise und schon ist das System infiziert. Das war auch hier so. Also auch WannaCry verbreitet sich auch über diesen klassischen Weg als E-Mail-Anhang, aber eben nicht nur. Wenn er einmal drin ist im Netz und das hat ihn eigentlich so gefährlich gemacht, verbreitet er sich von Rechner zu Rechner. Und das wiederum nutzt eben diese Sicherheitslücke in diesem Microsoft-Server-System, SMB, aus. Und da muss man sagen, diese Sicherheitslücke war immerhin schon ein bisschen bekannt. Bisschen bekannt ist gut. Also nach dem, was man so weiß, hat die NSA diese Lücke sehr lange gekannt und für sich behalten. Und die ist rausgekommen, weil die NSA Code verloren hat. Gehackt wurde. Gehackt wurde. Und da sind sozusagen etliche, sagen wir mal, digitale Waffen abhandengekommen. Die wurden dann veröffentlicht, wie hieß diese Bande? Shadow Brokers? Shadow Brokers. Das ist alles schon ein bisschen länger her. Die haben dann gesagt, hier, wir haben da was gehackt. Dann haben sie Sample Code veröffentlicht. Alle dachten, oh, das ist ja das. Das ist ja wirklich real. Und irgendwann haben sie das alles veröffentlicht. Und da haben dann viele auch schon sich diesen Code mal angeguckt, der geklaut wurde und haben schon gesehen, dass das unglaubliches Gefahrenpotenzial hat. Daraufhin, glaube ich, hat Microsoft für diese zentrale Lücke tatsächlich auch ein Patch relativ schnell zur Verfügung gestellt. Das muss man also sagen, die NSA hat auf dieser Lücke gesessen. Sie hätte sie vor vielen Jahren schon eigentlich veröffentlichen können. Dann hätte Microsoft schon vor vielen Jahren… Oder Microsoft melden können. Ja, genau. Also Responsible Disclosure ist ja im Grunde so der Weg. Man stellt die Lücken nicht einfach ins Netz, sondern wenn man eine Lücke gefunden hat und ein guter Mensch ist, dann gibt man die Lücke dem Hersteller. Und dann gibt es so einen Prozess von Responsible Disclosure. Nach einem bestimmten Zeitraum muss der Hersteller ein Patch veröffentlicht haben. Sonst kannst du auch die Lücke veröffentlichen. Das dient dazu, dass die Hersteller auch wirklich unter Druck stehen, die Lücken zu schließen. Die Details sind relativ kompliziert. Aber im Großen und Ganzen hätte jedenfalls die NSA die Lücke schließen lassen können durch einen bestimmten Prozess, wo dann eben auch Microsoft die Lücke gekannt hätte. Sie haben sie aber gehortet, natürlich, weil sie da selber Angriffe drüber ausführen wollen, weil es eine riesengroße Lücke ist. Also wer sich da die technischen Details nochmal anhören will, dem empfehle ich alternativlos von Fefe und Frank Rieger. Die haben sich da ausführlich zu unterhalten. Da kann man sich auch nochmal… Gibt es eine neue Folge? Ja, zu dem Thema. Also sehr interessant, sehr gut, hörenswert, Empfehlung. Aber NSA hat halt draufgehockt, weil sie das selber brauchten. Es ist passiert, was passieren kann. Das kam weg. Das ging an die Öffentlichkeit. Kriminelle haben sich dieser Tools bedient. Microsoft hat relativ schnell ein Patch veröffentlicht. Allerdings erstmal nicht für XP, sondern nur für die anderen Windows-Versionen. Dieses Patch wurde offensichtlich von ganz vielen nicht installiert. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich finde, als Privat-User gibt es dafür keine Entschuldigung. Bei so Sachen wie der Bahn und so kann man immer noch darüber reden, ob das zertifiziert werden muss, wenn da neue Software installiert wird vom Eisenbahnbundesamt etc. Also in größeren Firmen gibt es da möglicherweise ein paar Umstände, die dazu führen, dass Sicherheitslücken nicht sofort gestopft werden. Also verständliche Lücken, außer Schlampperei. Aber das zeigt halt, du hättest das sofort patchen müssen. XP, ja, also dieses System, was nicht mehr unterstützt wird, was nicht mehr mit Sicherheitslücken, mit Sicherheitspatches von Microsoft versorgt wird. Das wurde auch mit diesem Patch nicht sofort versorgt. Aber auch dafür hat dann Microsoft irgendwann ein Patch veröffentlicht, sogar für dieses eigentlich nicht mehr supportete Betriebssystem. Aber das war erst nachdem One-to-Cry ausgebrochen war. Genau. Also jedenfalls, aber es gab doch relativ frühzeitig die Möglichkeit, das Loch zu stopfen. Das ist aber offensichtlich massenhaft nicht geschehen. Und deswegen konnte sich dieser Wurm so verbreiten, wie er sich verbreitet hat, weil er eben sich von Maschine zu Maschine fortpflanzen konnte. Also man muss schon sagen, es gab im Grunde zwei große Fehler, die da passiert sind, oder drei. Also erst wird das natürlich bei Microsoft passiert, dass sie überhaupt diesen Fehler eingebaut haben. Da gibt es jetzt schon wieder Verschwörungstheorien, dass dieser Fehler überhaupt auf Anweisung der NSA eingebaut worden sei. Sei es drum, wissen wir nicht jedenfalls, bei Microsoft ist dieser Fehler mal eingebaut worden. Das ist sicherlich Fail Nummer eins. Fail Nummer zwei, die NSA findet den Fehler. Und was macht sie? Sie setzt die ganze Welt diesem IT-Security-Risiko erster Güte aus. Millionen von Rechnern auf der Welt bleiben unsicher, weil die NSA unter Umständen meint, sie muss mal fünf oder auch zehn Leute auf der Welt damit hacken. Also das muss man schon sagen, das ist der blanke Zynismus. Das ist Fail Nummer zwei und der ist noch eine ganze Ecke größer, als der von Microsoft. Fehler passieren, ja, ich bin mir sicher, in meinem Code sind auch ohne Ende Fehler. Jeder, der programmiert, macht Fehler. Aber dass die NSA diesen Fehler nicht an Microsoft weitergereicht hat, ist ein echter Skandal. Genau, und das führt halt zu dieser Frage, dürfen Behördenstaaten solche Fehler horten, solche Lücken horten, wenn man nicht grundsätzlich sagt, nein, welche dürfen sie horten, wie gefährlich dürfen sie sein, damit sie, bevor sie veröffentlicht werden. Also ich glaube, diese Diskussion passt eigentlich am besten in einen Blog, der später in der Sendung noch kommt, vielleicht diese, den wir gleich noch haben, weißt du, na, was ja. Und ich glaube, das sollten wir dann, weil wir dann besser sagen können, was wir mit diesem Sicherheitslück noch alles haben. Okay, na gut, so kann man da auch einen Schuh draus machen, jedenfalls. Aber was an dieser Stelle, genau, das können wir später auch nochmal sagen, aber einen Punkt, bevor ich das vergesse, das hat Frank Rieger auch in dem Punkt gemacht. Wie immer man auch diskutiert, aber was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass Staaten Sicherheitslücken ausnutzen und über Update-Mechanismen auf Rechner zugreifen. Verstehst du? Dass, wenn das passiert, wenn rauskommt, dass Staaten nicht nur Sicherheitslücken horten, sondern auch sie noch auf Rechner zugreifen, indem sie den Update-Mechanismus von Betriebssystemen nutzen. Dann ist sozusagen das restliche Vertrauen der Nutzer völlig aufgebraucht. Dann werden noch viel weniger Leute Updates überhaupt einbauen. Ach so, weil man dann quasi sagt, möglicherweise, wenn ich jetzt update, schließe ich vielleicht eine Lücke oder baue ich mir jetzt den XY-Troyer ein, den NSA-Troyer ein. Also das fand ich einen interessanten Punkt, der noch zu wenig gemacht wird. Da sollte sozusagen die rote Linie sein. Wenn man starten schon, da reden wir auch gleich noch über Software-Zugriffe auf die Rechner erlaubt, kann man drüber streiten. Aber definitiv nicht über Update-Mechanismen von Software. Also das ist, genau, und das ist halt, das muss man halt sagen, das ist, finde ich, einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel für die katastrophalen Folgen, die Sicherheitslücken haben können. Und da muss man auch sagen, das ist jetzt kein Fall für das IT-Sicherheitsgesetz. Das ist einfach eine Frage von sicheren oder unsicheren IT-Systemen. Und insofern, da haben wir ja schon verschiedentlich das Thema Softwarehaftung auch ins Spiel gebracht. Ich finde, es ist ein schönes Beispiel dafür. Klar, also diese Lücke hatte jetzt die NSA gefunden und nicht Microsoft. Aber ich weiß nicht, so eine krasse Lücke, vielleicht hätte die ja auch einfach mal Microsoft selber finden können. Also da fehlte ganz offensichtlich auch der Druck. Und dann, dass sie eine bekannte Lücke in Windows XP nicht mehr geschlossen haben. Ja, man kann natürlich jetzt sagen, offiziell ist das Betriebssystem nicht mehr unterstützt. Aber auf der anderen Seite, solange man eben noch Millionen von Rechnern mit Windows XP im Einsatz hat. Also ich finde, man kann, man macht es sich ein bisschen zu einfach. Man einfach sagt, ja, wir erklären dieses System jetzt für unsicher und dann lassen wir alle Rechner darauf rotten. Oder damit verrotten. Das geht ja nicht, denn die Folgen trägt die Allgemeinheit. Also ich finde, da sollte man auch darüber nachdenken, ob das wirklich die Firmen alleine entscheiden können, wann sie das Support Window schließen. Oder ob das nicht möglicherweise von einem bestimmten Marktanteil oder von einer bestimmten Zahl noch laufender Rechner abhängig ist. Denn, also ich habe mich zum Beispiel gewundert, warum ist es denn eigentlich so gewesen, dass das britische Gesundheitswesen so massiv betroffen war. Wieso haben die denn noch diese ganzen alten Windows XP Rechner im Einsatz? Und da habe ich einen Artikel gelesen in einer britischen Zeitung, wo gesagt wurde, das ist jetzt nicht irgendwie Sparsamkeit gewesen. Sondern die haben mit diesen Rechnern ganz bestimmte Medizintechnik betrieben. Ja, MRT-Geräte oder was weiß ich, Röntchengeräte. Und es gibt einfach diese Systemhersteller nicht mehr. Das heißt also, du kannst dieses MRT nicht an einem Rechner mit Windows 7, Vista oder was es sonst noch so geben mag oder Windows 10 betreiben. Das heißt also, wenn du deinen Rechner von Windows XP upgraden willst, dann kannst du dein MRT oder ein Röntchengerät wegschmeißen. Ja, für 100.000 Euro oder was sowas kosten mag. Und das ist der Grund, weswegen so viele XP-Systeme noch im Einsatz waren. Das heißt also, es war jetzt quasi spezifische Software für ganz spezifische Einsatzzwecke, die eben nur unter XP läuft. Da muss man dann sagen, da müsst ihr bei der Einkaufspolitik darauf achten, dass ihr den Source-Code für die Treiber kriegt und irgendwie selber dann neue entwickeln könnt, wenn die Firma bleibt. Aber ist ein Krankenhaus tatsächlich da verantwortlich? Ich denke, da haben wir dann wieder die Situation, Software-Nachsorgepflichten, da muss nicht vielleicht ein Medizingerätehersteller auch sicherstellen, dass jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum noch solche Updates geliefert werden. Also ich denke, ich will das jetzt gar nicht zu Ende diskutieren, weil das eine unglaublich komplexe Debatte ist. Da gibt es auch im Umfeld des CCC eine sehr spannende Debatte, haben wir schon mal darauf hingewiesen. Wenn sich jemand dafür interessiert, schickt uns eine Mail. Ich stelle gerne den Kontakt her zu dieser Mailing-Liste, wo das diskutiert wird. Kurz und gut, die Diskussion über Software-Sicherheit muss ganz dringend weitergeführt werden und du hast völlig recht, Backups muss man machen und man muss auch updaten. Aber ich glaube, damit sollte die Diskussion nicht vorbei sein, denn ich denke, die Hersteller trifft da auch eine große Verantwortung. Genau und also kompliziert auch deshalb, weil wenn du Haftung sagst, dann musst du den Schaden bemessen. Klar, ist kompliziert. Ist super kompliziert, aber das weist einfach nochmal darauf hin, Lücken horten ist eine Gefahr und wir haben hier bei WannaCry gesehen, keine theoretische, sondern eine echt große mit echt weltweiten und veritablen Folgen. Und jetzt, das war jetzt aber eine schöne Überleitung Philipp, weil wir jetzt nämlich zu unserem großen Block kommen, ich sage jetzt nicht apropos, aber wir kommen jetzt einfach zu unserem nächsten großen Block, den haben wir überschrieben mit Neue Gesetze. Ja und Gesetze können was wunderbares sein, aber zur Zeit würde ich sagen, ist die große Koalition so auf den letzten Metern im Schlussspurt. Das machen die da, ich verstehe das nicht. Und man muss wirklich sagen, da passieren wilde Dinge und wir haben jetzt einiges mal aufgeschrieben, aber quasi das Oberthema Grundgesetz und der wichtigste Unterpunkt ist ein Gesetzentwurf zum Thema Online-Durchsuchung und Quellenticker. Was heißt das denn? Also was ist Online-Durchsuchung, was ist Quellenticker? Ja, es geht um neue Ermittlungsmethoden für Polizei und Staatsanwaltschaft. Online-Durchsuchung bedeutet, der Staat infiziert einen Rechner mit einem Trojaner, mit einer Überwachungssoftware und wenn er das einmal getan hat, dann kann er quasi diesen Rechner komplett auslesen. Das heißt, er kann dann die Festplatte spiegeln, er kann die Kommunikation, die über diesen Rechner läuft, ja keine Ahnung, Skype-Gespräche, E-Mails, alles mit. Volle Kontrolle. Volle Kontrolle. Das ist im Grunde so ein bisschen so, als wenn dir die Polizei quasi beim Benutzen deines Rechners über die Schulter schaut und bei der Gelegenheit nochmal schnell dein Backup mitnimmt. Und theoretisch auch technisch manipulieren kann. Die können Daten verändern, alles mögliche auf deinem Rechner speichern, löschen, etc. Und das muss man natürlich sehen, das ist eine absolut naheliegende Möglichkeit, um irgendwelche Leute kalt zu stellen. Ist das in Deutschland erlaubt? Nein, das ist in Deutschland natürlich streng verboten. Also die Manipulation. Die Online-Durchsuchung? Die Online-Durchsuchung, genau. Zu den Rechtsgrundlagen kommen wir sofort, nur um diesen Punkt zu Ende zu bringen. Also Manipulation ist in Deutschland verboten, gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage dafür, bewusst Daten aufzuspielen. Aber man muss sich natürlich immer klar machen, wenn ich als Geheimdienst, als Polizei finde, Politiker XYZ kommt uns echt in die Quere und man findet auf dessen Rechner mit einmal so ein paar Kinderporno-Dateien, ist die politische Karriere vorbei. Das ist natürlich potenziell eine Verschwörungstheorie, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, technisch leben wir in Zeiten, wo es für Geheimdienste eine relativ leichte Möglichkeit gibt, jemanden fertig zu machen. Das Anreizsystem ist durchaus da. Genau. Man muss Leute nicht mehr unbedingt ermorden und in einem Fass in den reinwerfen. Was ist? Subtilere Methoden. Quellen-TKÜ. Ja, Online-Durchsuchung ist eben der Vollzugriff auf einen Computer und die Quellen-TKÜ ist technisch im Prinzip genau dasselbe. Sie ist allerdings rechtlich ein bisschen kastriert. Telekommunikationsüberwachung heißt die. Genau, TKÜ ist so ein bisschen so Jura- oder Ermittlerslang für Telekommunikationsüberwachung, also quasi mitschneiden von Telekommunikation. Das bedeutet Telefongespräche, aber auch Internetverkehr und was man eben sonst noch so ankommunikation hat. Oder der kleine Bruder von der Online-Durchsuchung. Du hast nicht Vollzugriff, sondern du hast nur Zugriff auf die Kommunikation und zwar bevor sie verschlüsselt wird. Genau, das ist überhaupt die Grundidee bei der Online-Durchsuchung und der Quellen-TKÜ, dass man eben Verschlüsselungsverfahren auf der Leitung ausbremst oder umgeht letztlich, indem man die Daten abgreift an den Endgeräten, deswegen auch Quellen-TKÜ, also man greift die Kommunikation an der Quelle ab, bevor die Daten dann irgendwann verschlüsselt über die Leitung gehen. Und wie du gesagt hast, Philipp, Quellen-TKÜ ist quasi der kleine Bruder zur Online-Durchsuchung. Technisch passiert genau dasselbe, man infiziert den Rechner mit einer Überwachungssoftware. Rechtlich allerdings darf die Quellen-TKÜ weniger. Bei der Quellen-TKÜ darf eben nur die laufende Kommunikation mitgeschnitten werden. Und diese beiden, ja oder? Genau, und lässt sich das denn sauber voneinander trennen? Also kann nicht sagen, ah, ich mache jetzt Software auf deinen Rechner und die kann garantiert und nachweislich nur die Kommunikation abhören und nicht deine Festplatte auslesen und trennen. Also zunächst mal ist es ja so, damit du die Kommunikation mitschneiden kannst, musst du wissen, welche Kommunikation findet statt. Dazu musst du wissen, welche Software ist auf dem Rechner drauf und das ist ja schon mal keine laufende Kommunikation. Zu gucken, der Banse hat der Skype, hat der WhatsApp oder hat der sonst was auf seinem MacBook, das ist ja schon keine laufende Kommunikation. Das heißt, der logische Fehler bei der Idee der Quellen-TKÜ ist, dass um eine Quellen-TKÜ in reiner Form durchführen zu können, brauchst du erstmal eine Online-Durchsuchung. Das ist also der logische Bruch. Man muss dazu sagen, diese beiden Begriffe, Online-Durchsuchung, Quellen-TKÜ stammen letztlich, also die Diskussion gibt es schon ein bisschen länger, aber sie stammen eigentlich aus einer Entscheidung aus dem Jahre 2008. Das Bundesverfassungsgericht hatte da mal über eine absolut krude Norm aus dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzgesetz zu entscheiden, wo dem Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen so mal eben erlaubt wurde, Trojaner einzusetzen. Ja, also wirklich mit einer ganz offenen Sicht. Nonchalant. Nonchalant, macht mal, Trojaner, super Idee, macht mal. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das kann ja nicht wahr sein, hat eine große Entscheidung getroffen, auch nach einer mündlichen Verhandlung und hat zunächst mal ein neues Grundrecht erfunden. Ja, das Grundrecht auf Integrität und Vertrauens, Integrität und Vertrauenswürdigkeit elektronischer Systeme, genau. Vertraulichkeit. Vertraulichkeit, nicht Vertraulichkeit. Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme und weil das so ein langes Wort ist oder so eine lange Formulierung, spricht man eigentlich immer vom IT-Grundrecht oder vom Computer-Grundrecht. Und in dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht an diesen weitergehenden Eingriff, die Online-Durchsuchung, sehr, sehr hohe Bedingungen geknüpft. Also nicht komplett verboten, da waren viele enttäuscht, aber sie haben so eine relativ hohe Hürde eingezogen. Ganz genau, also da gibt es eine Formulierung, die sagt, es darf nur eingesetzt werden bei ganz extremen Gefahren, also für Leib, Leben, Freiheit von Personen oder Gefahren für die Lebensgrundlagen einer Fehlzahl von Menschen, keine Ahnung. Wenn also zum Beispiel Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Terroristen einen Staudamm in die Luft jagen wollen, das war immer so die Idee, oder ein Atomkraftwerk, dann kann ein Trojaner eingesetzt werden, um die Rechner dieser Terroristen zu infizieren und diese extrem große gefährliche Gefahr abzuwenden. Und die Quellen-TKÜ hat das Bundesverfassungsgericht eben erfunden in dieser Entscheidung, um zu sagen, das ist leichter möglich, nämlich immer dann, wenn eine normale Telekommunikationsüberwachung zulässig ist, aber eben daran die ganz strenge Voraussetzung geknüpft, ja, aber dafür darf die Quellen-TKÜ eben auch wirklich auf diesem Rechner nichts machen außer laufender Kommunikation. Die Argumentation war dann immer, naja, die laufende Kommunikation dürfte man ja normalerweise auch mitschneiden auf der Leitung, nur auf der Leitung, was man bisher schon durfte, bringt das nichts mehr, weil sehr viel verschlüsselt ist, also muss man an die Quelle gehen. Und das war ganz offensichtlich ein politischer Deal, also diese sehr strengen Regeln für die Online-Durchsuchung waren im Verfassungsgericht offensichtlich politisch nur durchsetzbar, durch diese Hintertür für die Ermittler, dass sie die Quellen-TKÜ auch einsetzen können, ohne entsprechend hohe Hürden. Und das sind die Vorgaben aus Karlsruhe 2008 und nun, ja, fast forward 2017, legt Bundesjustizminister Heiko Maas keinen Gesetzentwurf vor, ja, das wäre ja noch eine interessante Idee gewesen, sondern… Ein Gesetzentwurf, der geregelt hätte, was? Ja, genau, vielleicht muss man das sagen, also rechtlich darf bislang nur das Bundeskriminalamt Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ einsetzen, da gibt es Regeln im Bundeskriminalamtsgesetz seit 2009 und obwohl das jetzt eben acht Jahre schon gibt, hat es in all den Jahren allen Ernstes nur eine einzige Online-Durchsuchung gegeben, ja, also das heißt, diese strengen Vorgaben aus Karlsruhe, muss man sagen, wirken, ja, das gab es auch bestimmte Probleme, aber die strengen Vorgaben wirken und Quellen-TKÜ auch nur eine einstellige Anzahl an Maßnahmen, ich weiß nicht mehr ganz genau wie viele, aber ich meine so drei, vier, fünf. Also mit anderen Worten, die machen das in Ausnahmefällen, aber ganz offensichtlich gibt es auch keinen Bedarf, das ständig zu tun, das ist wirklich eine totale Ausnahme. Man könnte sagen, okay. Da würde ich auch sagen, würde ich auch sagen, ist völlig okay. Genau, BKA macht das auch nicht aus Lust und Laune, sondern nur zur Abwehr von terroristischen Gefahren. So, und warum jetzt, was gibt es da jetzt zu regeln? Genau, und das ist eben genau die Frage, was gibt es da zu regeln, das BKA darf das eben nur zur Abwehr von Gefahren und die Strafverfolgungsbehörden haben immer gesagt, wir wollen das auch, wir wollen damit… Strafverfolgungsbehörden, also die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die haben immer gesagt, wir wollen das auch und zwar zu repressiven Zwecken, wie das immer so schön heißt, also um schon begangene Straftaten aufzuklären, nicht zur Abwehr von Gefahren durch Terrorismus. Könnte Luft gesprengt werden, wir ermitteln, sondern Straftat ist begangen und wir wollen den Täter finden oder überführen, das ist immer so ein bisschen die Idee gewesen und klar war, es gibt in der Strafprozessordnung, das sind quasi die Spielregeln für Strafvermittlung, in der Strafprozessordnung gibt es keine Grundlage für die Online-Durchsuchung, da gab es auch keinen Streit. Bei der Köln-TKÜ war das so ein bisschen heikler, da gab es eine Diskussion, kann man die normalen Regeln für normale Telefonüberwachung darauf anwenden? Ich habe immer schon argumentiert, dass das nicht geht, weil ein Trojaner eben was anderes ist, als wenn man beim Provider fragt, schneid mal bitte mit und letztlich habe ich mich da, also nicht alleine, es gab auch viele andere Autoren, hat eigentlich fast jeder so gesehen, mit Ausnahme von Leuten aus der Justiz und da haben wir uns jetzt auch durchgesetzt, also bislang gibt es keinen Trojaner-Einsatz mehr im Strafverfahren, mindestens seit der CCC 2011 den Bayern-Trojaner aufgedeckt hat, also einen illegalen Trojaner. Gut, das ist also Stand heute, BKA darf zur Abwehr, aber in der Strafprozessordnung, um sozusagen geschehene Verbrechen, Straftaten aufzuklären, geht das bis heute eigentlich nicht. Genau, und das fanden die natürlich immer doof, jetzt kommt Heiko Maas und sagt, soll doch gehen. Genau, und jetzt der normale Weg wäre ja, Heiko Maas legt einen Gesetzentwurf vor, dann gibt es eine Diskussion, paar Monate und es wird öffentlich darüber diskutiert, ob das eine gute Idee ist, dann gibt es eine Anhörung im Bundestag und so und das hat Heiko Maas aber nicht getan, sondern stattdessen hat er in aller Heimlichkeit entsprechende Rechtsgrundlagen vorbereitet, eine Ergänzung der Strafprozessordnung, aber wie gesagt, nicht in Form eines Gesetzentwurfes, sondern er kapert jetzt quasi ein schon laufendes Gesetzgebungsverfahren. Es gibt schon ein Gesetzgebungsverfahren, wo die StPO in anderen Punkten geändert werden soll, die Strafprozessordnung und da soll jetzt quasi erst im parlamentarischen Verfahren im Rechtsausschuss ein Änderungsantrag eingebracht werden, der aber viele, viele Seiten hat, wo dann mal eben noch Online-Durchsuchung und Quellenticker eingeführt werden soll in der Strafprozessordnung. Also sozusagen nicht Änderung, wir haben da jetzt stehen aber und wir sollten doch daraus machen sollte, sondern wir haben hier mal 20 Seiten und führen Quellenticker für die Strafermittler ein. Ganz genau. Aber jetzt könnte man ja sagen, naja, also wenn da jetzt eh schon so ein Gesetz läuft, wo die Strafprozessordnung geändert werden soll und wir haben hier etwas, was wir gern in der Strafprozessordnung drin hätten, dann passt das doch ganz schön, dann macht man das eben noch da rein. Was spricht dagegen? Das ist in der Tat auch die Argumentation wohl des Bundesjustizministeriums, wobei ich eben finde, dass dieser Entwurf ja jetzt nicht vom Himmel fällt, der ist ja komplex, den haben die ja schon seit einer ganzen Weile beraten und den jetzt eben so durch die Hintertür vorzulegen, das verkürzt eben einfach die parlamentarische Beratung. Was fällt denn da weg? Das ist letztlich vor allem ein Zeitfaktor. Wenn ich das Gesetz normal einbringe im Bundestag, habe ich jedenfalls eine Beratungsphase von einigen Monaten und jetzt ist diese Beratungsphase letztlich zusammengeschnurrt auf zwei Wochen, denn dieser Text ist bekannt geworden, letztlich auch nur durch einen Leak bei Netzpolitik.org. Also es haben wohl Leute aus dem Bundestag, Netzpolitik irgendwie zugespielt, ist da diese Woche veröffentlicht worden. Offiziell gibt es noch gar nichts vom Justizministerium, auch die Pressestelle, Mauer total, das offiziell gibt es das gar nicht, sondern man tut so als gäbe es den Text nicht. Aber wie gesagt, er liegt vor und es sind auch schon Sachverständige bestellt worden. In zwei Wochen soll eine Anhörung sein im Rechtsausschuss am 31. Mai. Ich werde da auch teilnehmen als Sachverständiger und eine Stellungnahme abgeben zu dem Thema Online-Durchsuchung und Quellentickerü. Und ich finde, bei einer so gravierenden Maßnahme, über die jetzt seit mehr als zehn Jahren in Deutschland diskutiert wird, wo es eine Grundentscheidung des Bundesverfassungsgerichts gibt, da muss man einfach sagen, da kann man das nicht mal eben zwischen Baum und Borke einführen, sondern oder zwischen, quasi zwischen zwölf Uhr und mittags mal eben schnell durch den Bundestag rocken, sondern das ist einfach ein so massiver gravierender Eingriff. Darüber muss man ausführlich diskutieren, denn das ist jetzt das zweite Problem mit diesem Änderungsantrag, der wiederum dann eben vorformuliert wurde vom Justizministerium, dass da eben die Spielregeln aus Karlsruhe nicht eingehalten werden. Also inhaltlich, jetzt waren wir über das Verfahren geredet, was dubios ist, hast du erklärt und jetzt reden wir darüber, was in diesem Änderungsantrag drinsteht, wie sozusagen die Quellentickerü in die Strafprozessordnung eingeführt werden soll, was da möglich sein soll. Und was ist da der zentrale Kritikpunkt? Wir haben ja eben ausführlich gesprochen über die Spielregeln, die Karlsruhe 2008 aufgestellt hat und wie gesagt, Verfahren ist heikel und jetzt ist es leider auch so, dass inhaltlich die Spielregeln aus Karlsruhe nicht eingehalten werden. Also hat Quellentickerü, hat Karlsruhe immer gesagt, ja geht rechtlich im Prinzip unter den Anforderungen für eine normale Tickerü, deswegen soll das auch nach diesem Änderungsantrag für die StPO jetzt so laufen, aber eben nicht nur für laufende Kommunikation, sondern in dem Änderungs, in diesem Textentwurf aus dem Justizministerium steht ausdrücklich drin, laufende Kommunikation und ich nenne es jetzt mal kondensierte Kommunikation, also Dinge, die früher mal laufende Kommunikation waren, sollen jetzt auch von der Festplatte mitgeschnitten werden dürfen, obwohl es gerade keine laufende Kommunikation ist. E-Mails. Zum Beispiel frühere E-Mails, die hätten natürlich nach den Regeln aus Karlsruhe mitgeschnitten werden können, als sie laufende Kommunikation waren, die sollen jetzt aber auch noch später mitgeschnitten werden können, ein offensichtlicher Verstoß gegen die Karlsruher Spielregeln. Und auch bei der Online-Durchsuchung muss man sagen, werden die Spielregeln nicht eingehalten, wir haben eben schon die hohen Hürden erwähnt, Leib und Gefahr für Menschenleben, Gefahr für die Gesundheit von Menschen, Gefahr für die Lebensgrundlagen von Menschen, also wirklich ganz dramatische Voraussetzungen für schwerste Gefahren, was dazu geführt hat, dass eben bislang nur zur Terrorismusabwehr zulässig ist. Und jetzt soll das aber zulässig sein für einen langen Katalog von Straftaten, von einem langen Katalog von Straftaten, eben gerade nicht nur zur Prävention, sondern zur Verfolgung von Straftaten und diese Straftaten sind eben bei weitem nicht alle Straftaten, wo es um Leib, Leben und Lebensgrundlagen von Menschen geht, sondern das geht hin bis zum Besitz von Kinderpornografie. Also ich meine, so eklig das ist, aber mal ganz ehrlich, das hat mit Leib und Lebensgefahr jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Okay und das ist der Plan, für diesen Katalog soll es für Strafvermittler nach dem Willen von Heiko Maas möglich sein, Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ einzusetzen. Wie gesagt, die Debatte ist jetzt losgebrochen, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, also jetzt muss man erstmal abwarten, was diese Anhörung gibt am 31. Mai. Ich persönlich hoffe sehr darauf, dass jedenfalls in der SPD-Fraktion sowohl an dem Verfahren als auch an dem, was Heiko Maas inhaltlich vorgeschlagen hat, Bedenken geäußert werden. Also ich bin mir nicht so sicher, ob da die Unionsfraktion bremsen wird. Die hat sich ja bislang, wenn es um die Wahrung von Grundrechten im Strafverfahren anging, wie soll ich sagen, nicht so unbedingt nur mit rumbekleckert, muss man ganz vorsichtig zu formulieren. Aber vielleicht in der SPD-Fraktion sehe ich noch größere Chancen auf ein Umdenken. Und vor allem muss man natürlich neben diesen verfassungsrechtlichen Details, und jetzt kommen wir zurück zu einer Diskussion über WannaCry und diese Trojaner und die Sicherheitslücken, muss man sich die Frage stellen, wozu führt denn das eigentlich politisch? Denn Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ, die kann man zwar nicht nur durchführen, wenn man Sicherheitslücken ausnutzt, aber in aller Regel wird man eine Sicherheitslücke brauchen. Also der Bayern-Trojaner zum Beispiel, der ist damals installiert worden, ohne eine Sicherheitslücke auszunutzen, sondern da gab es eine Zollkontrolle, man hat dem Beschuldigten den Laptop weggenommen, hat den Laptop ins Hinterzimmer gebracht und da irgendwie über einen USB-Stick den Trojaner eingespielt. Dazu brauchte man keine Sicherheitslücke, da hat man einfach den Laptop genommen. Aber im Normalfall, insbesondere wenn man aus der Ferne und ohne dass der Betroffene das merkt, so einen Trojaner aufspielen will, wird man irgendwelche Sicherheitslücken in den betreffenden Systemen ausnutzen müssen. Das heißt, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt für den breiten Einsatz von Trojanern im Strafverfahren, der Staat soll also quasi Trojaner einsetzen, wenn man dafür eine Rechtsgrundlage schafft, dann braucht der Staat auch Sicherheitslücken, um diese Trojaner überhaupt einsetzen zu können. Und das führt wiederum dazu, dass man einen ganz, ganz starken Anreiz dafür setzt, dass der Staat, der seine Bürger eigentlich schützen soll, in Zukunft aktiv daran mitwirkt, dass die IT-Sicherheit eben gerade nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Denn es gibt ja jetzt eine neue Behörde, CITES, die eben sich mit Sicherheit und Ermittlungen beschäftigen soll. Und mal ganz ehrlich, wenn CITES den Auftrag hat, Online-Durchsuchung und Quellenticker durchzuführen oder zu ermitteln, wie man das am besten macht, dann werden die natürlich Sicherheitslücken kaufen und nicht an Microsoft und Apple melden, damit sie geschlossen werden. Das heißt mit anderen Worten, der Staat arbeitet aktiv daran mit, dass Sicherheitslücken offen bleiben. Er schafft zumindest ein Anreizsystem, in dem es sehr lukrativ ist und sehr große Anreize dafür gibt, Sicherheitslücken zu horten. Das ist gesagt, theoretisch, technisch kann man diese Trojaner auch in so einer Strafermittlung natürlich auf Rechner drauf spielen, ohne Sicherheitslücke. Ja, da muss ich aber in die Wohnung rein. Muss ich in die Wohnung rein. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlagen. Da muss ich irgendwie diesen Computer in die Hand kriegen in aller Regel. Genau. Und dann gibt es auch Systeme, die man ohne Sicherheitslücke überhaupt nicht infizieren kann. Stichwort iPhone. Das iPhone setzt ja sogenanntes Code-Signing ein. Das heißt also, die ausführbare Software muss von Apple digital signiert werden. Und wenn man jetzt nicht gerade mit Apple einen Deal schließt, wonach die Trojaner vom BKA unterschreiben und damit den Einsatz ermöglichen, ist es so einfach nicht möglich, Software auf dem iPhone auszuführen. Das heißt also, die bislang bekannten Trojaner, es gibt ja auch jetzt schon iPhone-Trojaner in seltenen Fällen, die von irgendwelchen Geheimdiensten eingesetzt werden. Das waren immer Trojaner, die meistens auf eine ganze Serie von Sicherheitslücken aufbauen. Und mit anderen Worten, wenn ich das iPhone hacken will, dann brauche ich Sicherheitslücken. Und bei Android-Geräten geht es ein bisschen leichter. Aber das muss man sagen, das ist quasi die politische Dimension. Es gibt zum einen die grundrechtliche Dimension. Ja, der Gesetzentwurf von Heiko Maas ist mit der Entscheidung aus Karlsruhe schwer zu vereinbaren, muss man ganz vorsichtig zu formulieren. Und dann muss man sich politisch fragen, will man das? Also beim BKA-Gesetz kann man sich die Frage auch schon stellen. Das BKA hat aber, wie gesagt, diese Möglichkeiten nur in ganz seltenen Fällen eingesetzt. Klar, auch dazu hat es Sicherheitslücken gebraucht. Aber da, wie soll ich sagen, entsteht jetzt jedenfalls nicht so ein enormer Druck von massenhaftem Einsatz. Weil eben, du hast es gesagt, bisher in den ganzen Jahren das einstellig eingesetzt wurde. Also da scheint jetzt nicht so ein massenhafter Druck zu entstehen, wenn man die juristischen Möglichkeiten hat, dass es dann auch massenhaft genutzt wird. Ja, und massenhaft heißt in diesem Fall, um da mal eine Zahl zu nennen, wir hatten in dem letzten Jahr für das Statistiken vorliegen, das ist 2015, hatten wir mehr als 30.000 Telekommunikationsüberwachungen. Also wo Telefon abgehört. Telefon oder Handy oder Internetverbindung. Mehr als 30.000 einzelne Anordnungen und in jedem dieser Fälle dürfte in Zukunft ein Trojaner eingesetzt werden. Dürfte, wird natürlich nicht. Wir werden natürlich auch weiter beim Provider abhören, die werden auch weiter, keine Ahnung was machen. Aber in allen dieser mehr als 30.000 Fälle dürfte ein Trojaner eingesetzt werden. Wenn man sich das mal überlegt, dann wird der Trojaner mit dieser, ich sag jetzt mal etwas platt, dieser Schnapsidee von Heiko Maas quasi zur kleinen Münze. Dann würde wirklich ständig mithilfe von Trojanern auf die Rechner von Bürgern zugegriffen, die ja, das muss man immer dazu sagen, nur verdächtig sind und Umschutzvermutung und so. Also damit würde der Trojaner zur Standardmaßnahme im deutschen Strafprozessrecht und das wiederum führt aus meiner Sicht unweigerlich zu einem enormen Druck, eben Sicherheitslücken zu horten. Wenn das wirklich gesetzt wird, dann wird Deutschland da, denke ich, einsteigen in den ganz großen schwunghaften Handel mit Sicherheitslücken und aktiv mitwirken, wie gesagt, daran, dass unsere Systeme unsicher werden. Und das alles nur, um hier und da mal Leute dingfest machen zu können. Also das finde ich politisch nicht unheilig. Nee. Gut, dass wir das mal besprochen haben. Da gab es noch zwei andere Sachen, die jetzt so ein bisschen… Auch nicht geil. Auch nicht geil, aber unter dem Aspekt dann doch irgendwie in einem anderen Licht zu sehen sind. Einmal ist jetzt die sogenannte E-ID, die man von Perso kennt, von der Checkkarten Perso, die war bisher nicht aktiviert. Also diese Möglichkeit, dich online quasi mit dem Perso gegenüber Behörden oder anderen Firmen auszuweisen, wenn du da eine PIN noch eingibst. Und das hat bisher kaum jemand gemacht. Also von 45 Millionen Leuten, die jetzt so einen neuen Perso haben, hat ein Drittel nur freiwillig diese E-ID aktiviert. Und 10, 15 Prozent haben das überhaupt jemals probiert, weil es ja keine Möglichkeiten gibt, das zu machen, weil niemand das im Angebot hat. Auch ganz viele Behörden nicht. Und jetzt wird halt die neuen Persos mit aktivierter E-ID ausgegeben. Man kann die dann auch wieder deaktivieren, aber es ist halt eher Opt-out als Opt-in. Und ja, da kann man sich jetzt überstreiten, ob das großen Schaden anrichtet, solange es da, keine Ahnung, ist es im Prinzip nicht schlecht. Aber es ist halt eine teure Infrastruktur, die bisher keinen interessiert und ob man jetzt dieses Gesetz erlässt oder nicht. Man versucht dieses Henne-Ei-Problem damit zu lösen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil das Verfahren einfach so kompliziert ist und die Leser so teuer sind. Und es bisher auch niemand anbietet, nicht mal die Behörden. Denn da mache ich mir keine großen Hoffnungen, dass das jetzt zum Standardding wird, um sich online auszuweisen. Das zweite Ding, was mit diesem Gesetz, was da noch verabschiedet wurde, jetzt kommt, ist quasi eine Art Vorratsdatenspeicherung für all unsere Passbilder. Das finde ich schon ein bisschen dramatischer. Man muss sich vorstellen, also wenn ihr einen Pass beantragt oder einen Ausweis, dann wird ja ein biometrisches Foto von euch verlangt. Das gebt ihr ab bei der Meldebehörde, das speichern die, weil natürlich ein Ausweis damit erstellt wird. Theoretisch könnten sie dieses Bild nach Erstellung des Ausweises oder des Passes wieder löschen, weil ihr habt ja jetzt den Ausweis, der ist ja gedruckt. Nein, er wird aber gespeichert und jetzt ab Mai 18, ab Mai 2018 wird eben den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern erlaubt, auf diese Fotos zuzugreifen. Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern bedeutet Geheimdienste, Steuer, Zollfahnder, Ermittler. Und das ist viel. Das bedeutet auch vor dem Hintergrund, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Videoüberwachung ausgebaut wird, dass Gesichtserkennung in Videoüberwachung, wenn man das mal gesehen hat, schon jetzt erschreckend gut funktioniert, ganz oft. Und wenn man dann weiß, dass Geheimdienste, Steuerfahnder, Zollfahnder, weißt du, auf diese Videoüberwachung vielleicht zugreifen und das abgleichen können mit einer Datenbank quasi aller Bundesbürger, Bundesbürgerinnen, die einen Pass oder Perso haben, dann ist das schon ein erschreckendes Szenario. Und der Witz ist dabei ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das habe ich jetzt zugenommen, das ist nicht genau recherchiert, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass dieser Abgleich automatisch passieren soll. Also was ich ja persönlich unbedingt nicht fände, ist folgender Fall, den kenne ich auch aus meiner Praxis. Polizeibeamter bekommt ein Foto von irgendeiner Straftat und hat außerdem einen Namen von einem Verdächtigen, aber findet in seinen Akten kein Foto. Was macht der Polizeibeamte? Fragt beim Einwohnermeldeamt an, schicken sie uns ein Foto von dem Herrn so und so und dann guckt er sich das an, ist das derselbe? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bei einem solchen Abgleich habe ich überhaupt kein Problem, denn die Alternative wäre, der Beamte muss da hinfahren, denjenigen an der Haustür abpassen und gucken, ist das der Typ. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, dass wenn das manuell passiert, im Einzelfall und bei einem ganz konkreten Verdacht, habe ich da überhaupt keine Bedenken. Also man muss auch mal sagen, Strafermittlungen sind schon irgendwie auch wichtig. Wir können jetzt auch nicht sagen, wir verbieten generell jeden Abgleich zwischen Fotos. Also das finde ich grundsätzlich in Ordnung, aber bedenklich finde ich das, wenn diese Daten eben automatisch abgegriffen und abgeglichen werden können. Wir haben ja gerade hier in Berlin ein Modellprojekt, Videoüberwachung am Südkreuz und da soll doch auch automatisch identifiziert werden. Ist denn da jetzt eigentlich dann geplant, dass mal die Videobilder automatisch mit den Passdateien abgeglichen werden? Also das weiß ich nicht, ob das geplant ist, aber das verstehe ich unter automatischem Abgleich. Du hast eine Videoüberwachung, du erkennst Gesichter, du extrahierst die Gesichter, du bereitest sie ein bisschen auf, dann rufst du bei der Meldedatenbank an und rufst automatisch Fotos ab und gleichst halt ab. Ist da irgendein Foto, was sich mit diesem Foto aus der Video, mit dem Gesicht aus der Videoüberwachung deckt? Ja, okay, wie ist denn der Name? Okay, es gibt drei, die sich so ähnlich sind. Okay, dann was sind denn die Namen, Geburtsdaten, etc. So, ja, und das eröffnet natürlich eine, mein Gott, eine echte Pandora-Büchse. Ja, wenn du wirklich Video-Feeds in Echtzeit mit den Einwohnermeldeämtern und den Fotos da abgleichen kannst, I don't know, zumindest heißt es dann immer, ja, es wird ja protokolliert, aber wenn ich das richtig gesehen habe, protokolliert nur die abrufende Behörde, sprich der Geheimdienst, ja, und nicht die Meldebehörde, wer da angerufen hat. Nur die abfragende Behörde? So habe ich das verstanden, ja, ich habe das, genau, so, ja, da ist jetzt so ein bisschen unter Vorbehalt, aber so, so habe ich das verstanden, Bundesregierung argumentiert mit Bürokratie, also es ist halt weniger Bürokratie bei den Meldebehörden, ja, wenn das halt so automatisiert funktioniert, ja, sie argumentieren damit, dass, wenn wir so eine Personalüberprüfung machen und das mit analog machen, dann sind da halt zu viele Leute mit eingebunden, da kann halt sozusagen die Geheimpflicht, Geheimschutz nicht immer gewährleistet werden, das geht besser, wenn wir das halt automatisiert über Internet machen. Ja, ich habe hier nochmal, ich habe während wir sprechen nochmal kurz mit dem Gesetzentwurf gezogen und da heißt es nämlich, jetzt, ich zitiere mal aus dem vorgesehenen Personalausweisgesetz, die Polizeien des Bundes und der Länder, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Militärische Abschämendienst, der Bundesnachrichtendienst sowie die Verfassungsschutzbehörden der Länder, dürfen das Lichtbild zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren abrufen. Mit anderen Worten, Anforderungen, keine, kein Verdacht, keine Gefahr von demjenigen, einfach mal so aus Spaß. Ihr glaubt, ihr macht eine Arbeit. Ihr glaubt, ihr braucht das, zur Erfüllung ihrer Aufgaben und wer entscheidet das? Die abfragende Behörde. Ja, ich meine Güte, dann. Das ist schon ziemlich offen. Das ist schon, das ist schon krass, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und interessanterweise ist nämlich hier, wir haben ja seit einiger Zeit, haben wir ja vom Bundesverfassungsgericht erfunden, das sogenannte Doppeltürprinzip. Man braucht also für eine Datenweitergabe zwischen Behörden normalerweise zwei gesetzliche Grundlagen. Einmal muss die Behörde, die Daten schon hat, das Recht haben, sie weiterzugeben. Das war jetzt das, was ich gerade vorgelesen habe. Das Personalausweisgesetz erlaubt es eben, dass die Daten weitergegeben werden und dann muss die anfragende Behörde noch eine Grundlage haben, um sie zu erheben. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, dazu ist hier gar nichts drin in dem Gesetzentwurf. Mit anderen Worten, das ist auch nicht vorgesehen, da irgendwelche Regeln zu erlassen, wann die darauf zugreifen können. Mit anderen Worten, im automatisierten Verfahren ohne Kontrolle sollen alle möglichen Verfassungsschutzbehörden mal eben Fotos mitschneiden. Das klingt nicht gut. Klingt nicht gut. Gibt es auch jede Menge Leute, die auf die Palme gehen. Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter, hat irgendwie vor Totalüberwachung gewarnt. CCC hat sich auch kritisch geäußert. Ja, also das ist jetzt aber Gesetz und das kommt. Mai 2018. Das ist beschlossen. Das ist jetzt nicht mehr nur ein Entwurf. Das ist kein Entwurf. Das ist anders als bei der Online-Durchsuchung. Da ist quasi die Messe noch nicht gesungen. Da könnte es noch sein, dass zum Beispiel die SPD sagt, nein, da machen wir jetzt nicht mit. Aber das mit dem Passabrufen, Passbilderabrufen ist passiert. Mai 2018 geht es. Also wenn ich jetzt quasi Politiker wäre, könnte man jetzt das auf die To-Do-Liste schreiben. Das muss zurückgedreht werden, oder? Also zumindest eine Form von nachträglicher Benachrichtigung. Also das wäre aus meiner Sicht das absolute Minimum. Das Mindeste, dass dein Foto abgerufen wurde von Behörde X zum Zweck Y. Genau, und dass dann die Behörde, dass dann dich dein Einwohnermeldeamt informiert darüber, jedenfalls nach, oder wenigstens die abfragende Behörde. Da kann man auch drüber streiten. Mag natürlich auch Fälle geben, wo diese Bekanntgabe dann wiederum den Ermittlungszweck gefährdet. Insofern muss man wohl sagen, wahrscheinlich muss die abfragende Behörde selber entscheiden. Aber da müsste man aus meiner Sicht eine Benachrichtigungspflicht einführen, die ja sonst auch für viele heimliche Ermittlungsmaßnahmen gilt. Wenn du abgeholt wurdest, musst du auch informiert werden. Klappt auch nur so mittelgut, gibt es auch Untersuchungen, dass das in der Praxis nicht so richtig funktioniert. Aber immerhin, hier fehlt jede Benachrichtigungsregel. Wir müssen noch auf den großen SPD-Fail eingehen, der sich kurz nach unserer letzten Sendung ereignet hat, nämlich die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die wir ja, und nicht nur wir, sondern andere auch so ein bisschen zum jetzt aber wirklich zentralen Stimmungstest für die SPD hochstilisiert haben. Und da muss man sagen, das lief nicht gut für die SPD. Sie hat fast acht Prozentpunkte verloren. Die CDU hat fast sieben Prozentpunkte hinzugewonnen. Hannelore Kraft ist sofort von allen Ämtern zurückgetreten und abgewählt wurde sie sowieso als Ministerpräsidentin. Jetzt sieht es so aus, dass die CDU mit der FDP eine Koalition bilden wird, die dann eine Stimme Mehrheit im Düsseldorfer Landtag haben wird. Viel mehr andere Optionen gibt es nicht, weil die SPD gesagt hat, mit der CDU reden wir nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und deswegen gibt es eigentlich nur CDU, FDP. Und wie heißt der Kandidat der CDU, der da Ministerpräsident werden wird? Hast du es im Kopf? Herr Laschet. Herr Laschet, Armin Laschet, genau. Und genau, das ist insofern interessant, als dass es ja immer wieder irgendwie auch schön ist, finde ich, wenn Änderungen in Haus stehen und man merkt, ja, da sind die Leute halt nicht so richtig zufrieden mit dem, wie es läuft. Dann wählen sie die Regierung halt ab. Vor allen Dingen ging es wohl halt um Sicherheit. Stichwort Anis Amri und Silvesternacht. Und es ging um bildungspolitische Fragen. Stichwort Turboabitur G8 oder G9. Und da hat die SPD wohl da kein gutes Bild abgegeben. Aber was halt auch festzustellen ist, der Schulzeffekt hat nicht gezogen, wenn er denn überhaupt noch existiert. Ja, was man natürlich dazu sagen muss, das ist jetzt wiederum eine kleine gedankliche Brücke zu der Diskussion von vorher. Man kann sich ja schon fragen, wieso kommen denn jetzt eigentlich so viele krasse Überwachungsgesetze noch auf den letzten Meter der Legislatur? Wieso macht die SPD das mit? Es gibt jetzt eine große Diskussion darüber, warum denn, also natürlich, warum denn diese Wahl verloren gegangen ist. Ein großes Thema hast du schon genannt, Bildung. Das haben offensichtlich viele Menschen in NRW als suboptimal empfunden, wie sie im Bereich Bildung regiert werden. Wobei man sagen muss, die Bildungsministerin war Frau Löhrmann von den Grünen. Aber trotzdem hat es eben beide Koalitionsfraktionen natürlich getroffen, wie das eben so ist. Aber ein weiteres Thema, was jetzt sehr für Kontroversen sorgt, das ist eben die innere Sicherheit. Die SPD hatte mit Ralf Jäger einen Innenminister, der, oder hat ihn ja, der ist formal ja noch im Amt, der extrem auf Law and Order gesetzt hat. Vermutlich mit der konservativste SPD-Innenminister überhaupt, der auch insbesondere immer sehr auf die Pauke gehauen hat in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Und man muss ganz deutlich sagen, genützt hat es der CDU. Das heißt, wenn die SPD versucht, ganz laut die Trommel zu rühren in Sachen innere Sicherheit, gewinnt, wenn man so will, eben nicht die SPD, weil die natürlich nicht als die Law and Order Partei gilt, sondern dann gewinnt die CDU. Dann kaufen die Leute quasi das Original und nicht die SPD-Kopie in Form von Ralf Jäger. Das ist jetzt natürlich keine vollständige Erklärung, denn Ralf Jäger hat auch eine extrem schlechte Amtsführung aufzuweisen. Es gab immer wieder Skandale während seiner Amtsführung, jedenfalls haben viele Menschen den Eindruck gehabt, der macht seinen Job auch nicht gut. Aber den Schluss zu ziehen, die SPD muss jetzt mehr auf Law and Order setzen, halte ich persönlich für total gefährlich. Ja, zumal, also wenn du als Innenminister auf Law and Order setzt und dann dir solche Sachen wie Anis Amri und sowas passiert, dann sieht das einfach doppelt schlecht aus. Das sieht doppelt schlecht aus, aber ich glaube, das passt auch sehr schön wieder zu dem Stichwort, das wir in der vergangenen Sendung, glaube ich, hatten, wo wir die Republika nochmal Revue passieren ließen und du ja diesen schönen O-Ton hattest von Elisabeth Wehling zum Framing. Wenn ich als Innenminister ständig die Law and Order Karte spiele und ständig sage, wir müssen alle sterben und wir müssen viel mehr auf Sicherheit achten, dann setze ich dieses Thema, dann schreibe und spreche ich das quasi oder rede das in den Vorstellungen meiner Wählerinnen und Wähler zu einem ganz zentralen Thema hoch. Und das kann man auch in den Nachwahlumfragen sehen, dass innere Sicherheit ein großes Thema war und das Problem ist aber, dass ein Framing einer Wahl als eine Wahl über die innere Sicherheit eben der SPD überhaupt nicht nutzt, ganz im Gegenteil. Also das ist das klassische Eigentor, wenn ich denke, ich nehme der Union ein Thema weg, indem ich das besetze und hochschreibe und hochrede, dann spiele ich jedenfalls als Sozialdemokrat im Grunde nur der Union in die Karte. Ja, ich weiß nicht, gibt es jetzt zur NRW noch was zu sagen? Also es sieht ja so ein bisschen, also es sieht, für die Bundestagswahl im Herbst ist es kein gutes Zeichen. Das muss man so deutlich sagen. Also da weiß ich jetzt nicht, das ist mit Abstand, das ist es das größte Bund. Ja, nach Menschen auf jeden Fall. Nach Menschen auf jeden Fall, ich glaube auch nach Wähler. Also wenn da jetzt die SPD so abgestraft wird, ist die Stimmung zumindest keine Wechselstimmung und da jetzt zu argumentieren, deswegen schafft es jetzt die SPD im Herbst den Kanzler zu stellen. Also das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das kann man auch an einem weiteren Punkt festmachen, an den Umfragen, was denn für die Menschen jetzt eigentlich wichtig gewesen sei. Und wenn ich es richtig in Anführung habe, war es so, dass an dritter Stelle der relevanten Themen schon kam, die unsichere Weltlage. Und da muss man natürlich sagen, eigentlich hat Landespolitik mit der unsicheren Weltlage nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber wenn das selbst bei einer Landtagswahl die Menschen so bewegt, dass es wieder das drittwichtigste Thema ist, dann muss man sagen, dann sagt das eben doch eine Menge darüber aus, dass es so eine große Verunsicherung gibt, angesichts der Situation auf der Welt. Und solche Verunsicherungen spielen tendenziell immer den Amtsinhabern in die Karten. Und dann muss man wiederum sehen, Angela Merkel ist natürlich qua Amt als Bundeskanzlerin auf der internationalen Bühne präsent und sie ist eine erfahrene Politikerin. Das kann man überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Und im Zweifel würde ich denken, wenn die Menschen verunsichert sind, wenn sie denken stürmische Zeiten, dann werden sie im Zweifel eher den Fels in der Brandung wählen als das Experiment Martin Schulz. Das ist aus Sicht der SPD taktisch gerade richtig dumm gelaufen und wir haben ja schon kurz auch über die Frage gesprochen, ob vielleicht auch Martin Schulz da taktisch einen Fehler gemacht hat, in dem er kein Amt angenommen hat. Denn also Angela Merkel ist halt einfach qua Amt ständig präsent in den Medien. Sigmar Gabriel auch als Außenminister. Der hat sogar bemerkenswerte Steigerungen seiner Beliebtheit in den letzten Wochen feststellen dürfen. Während Martin Schulz kein Amt hat, eigentlich nur hauptberuflich Wahlkämpfer ist, aber natürlich auch wesentlich weniger präsent, gerade weil er kein Amt hat. Vielleicht war das einfach auch eine strategische Fehlerentscheidung, kein Amt anzunehmen. Jetzt ist ja, haben wir auch immer rumgemosert, dass die SPD auch deshalb so schlecht dasteht oder Schulz, weil er eben noch nichts Konkretes gesagt hat. Jetzt ist aber ein Entwurf für ein SPD-Wahlkampfprogramm rausgeleakt. Ja, ich finde der ist sogar veröffentlicht worden, das ist kein Leak. Der ist richtig veröffentlicht worden. Ich habe ihn nicht gelesen. Hast du ihn gelesen? Ich habe den netzpolitischen Teil mir mal angeguckt. Ja, ich bin ja auch Teil hier eines SPD-nahen Forums in Berlin, Forum Netzpolitik, das aber nicht nur Parteimitglieder offen steht. Ich habe ja gehört, dass viele in der SPD damit nicht so glücklich sind, weil das gerade dieser netzpolitische Teil so eine Kommandoaktion war. Und den netzpolitischen Sprecher Lars Klingbeil, dass der sich da quasi mit zwei seiner Kumpanen, in Klammern Anzahl der Juristen im Team Null, hingesetzt hat, um das eben zusammenzuhacken in no time. Was ist denn dabei inhaltlich rumgekommen? Ähm, ja, sagen wir mal so, es gibt da schon noch eine ganze Menge an Änderungsvorschlägen zu dem netzpolitischen Teil. Von deiner Seite aus. Ja, ich habe da mitgehabt, es gab, also in Berlin ist es so gelaufen, da gibt es, wie gesagt, dieses Forum Netzpolitik, wo aber auch Leute mit diskutieren können, die nicht in der Partei sind und da gab es ein Pad, wo man quasi Vorschläge eintragen konnte und ich glaube am Mittwoch haben die sich getroffen und haben da Änderungsanträge formuliert und die kann man jetzt auch einspeisen. Es gibt so ein Zeitfenster von etwa einer Woche, wo alle möglichen Gliederungen der SPD Änderungsanträge diskutieren können und dann werden die auf dem Bundesparteitag diskutiert und entschieden. Was steht jetzt drin? Anderthalb Seiten, Änderungsanträge, ich muss gestehen, ich habe es nicht mehr so genau auf dem Schirm, also was es jetzt im Einzelnen war. Können wir uns ja mal, also mehr können wir da, ich habe es jetzt einfach nicht gelesen, ich kann dazu nichts sagen, zu diesem Parteiprogramm, Wahlprogramm vielmehr. Nee, ich muss gestehen, ich kann jetzt auch keine spektakulären Meldungen, ich habe dran gearbeitet, aber ich hatte diese Woche sehr, sehr viel um die Ohren, deswegen habe ich es nicht mehr so auf der Pfanne, was genau da jetzt Thema war. Genau, ich habe jetzt nur noch einen kurzen Literaturhinweis für die, die es interessiert, also ich hatte mir hier aufgeschrieben, ich finde ja an sich, dass dieser Gerechtigkeitswahlkampf, den die SPD davor hat, eigentlich erstmal finde ich so durchaus Substanz hat. Scheint jetzt nicht so wahnsinnig viel zu interessieren, habe ich den Eindruck, weil die Umfragen nicht so funktionieren, aber ich finde das durchaus, dass auch aus meiner Sicht ein zentrales Thema jetzt ist, wo sich gerade die SPD dieses Themas annehmen kann. Wie gesagt, so wahnsinnig spezifisch habe ich das jetzt noch nicht verfolgt, was die SPD da möchte und will, aber mir ist irgendwie ein Research Paper irgendwie bei Twitter über die Füße gefallen, was ich hier mal verlinke und worauf ich mal hinweisen will, was, finde ich, einen ganz interessanten Beitrag dazu liefern kann. Nämlich das argumentiert, dass die Verteilung des Staatseinkommens sich in den letzten Zeiten massiv geändert hat. Also lange war es wohl so, dass der Teil des Einkommens eines Staates, der volkswirtschaftlichen Erträge, der bei den Firmen bleibt, beim Kapital bleibt und der, der zu den Arbeitnehmern und zu den Menschen hingeht, dass dieses Verhältnis über Jahrzehnte mehr oder weniger gleich war. Und keiner wusste so richtig warum, alle haben das so ein bisschen als Wunder empfunden und in letzter Zeit verschiebt sich das, also mehr Geld bleibt bei den Firmen hängen. Bei den Firmen und bei den Leuten weniger und zwar nicht nur in den USA oder Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Und die Frage von diesem Paper ist jetzt, warum ist das so, das ist ja eigentlich so ein Gerechtigkeitsthema. Warum wird eigentlich das Geld, was so verdient wird, mehr bei den Firmen abgelagert und beim Kapital als bei den Leuten, die halt arbeiten. Und deren Argument ist, das liegt an sogenannten Super Corporations, wie zum Beispiel Apple, Google, Amazon. So die totalen Monsterfirmen. Genau, die Monsterfirmen, die sowieso wie alle Firmen immer schon einen Hang zum Monopol haben, wenn du halt keinen Regulierer in einem Staat hast, dann akkumuliert sich immer mehr Marktanteil bei einer Firma und irgendwann ist sie dann marktbeherrschend. Das ist auch bei denen so, verstärkt durch Globalisierung und Internet, eben nicht nur in einem Land, sondern eigentlich weltweit tendenziell. Plus, dass diese Firmen eben ihren Mitarbeitern zwar sehr viel Geld zahlen, aber so effizient sind, dass sie halt, sagen wir mal, das, was sie so an Monopolstellung sich aneignen, nicht durch die höheren Lohnzahlungen an ihre Leute wettmachen. Okay. Also ehrlich gesagt, ich finde das so einen total spannenden Ansatz. Ich würde das, glaube ich, sogar ganz gerne mal mit einem Volkswirt verdienten. Also wenn, vielleicht auch mal ein kleiner Aufruf auf so Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einen Volkswirt kennt, der mal uns das so ein bisschen erklären kann. Ich habe persönlich auch noch eine zweite These, nämlich, dass einfach ein großes Problem ist, die Konkurrenz zwischen den Staaten infolge der Globalisierung. Einfach weil ja Handelshemmnisse immer weiter abgebaut werden, ist es für Firmen vergleichsweise leicht, ihre Arbeitsplätze rund um den Globus zu verschieben. Vergleichsweise leicht. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass letztlich die Staaten darum konkurrieren, möglichst wenig Sozialstandards anzubieten. Ja, sie haben, sie haben diese These auch. Oder ist das Quatsch? Also das gab verschiedene Thesen, die sie getestet haben. Also liegt diese Verteilung an, wie sie es nennen, Robokalypse. Also alle Roboter im Einsatz, Menschen werden halt nicht mehr gebraucht, deswegen verdienen sie weniger. Das haben sie getestet. Da sagen sie, das halten sie nicht für valide, weil diese Annahme voraussetzt, dass menschliche Arbeit mehr oder weniger schwuppdiwupp durch Roboter ersetzt werden kann. Und dieser Wechsel hin und her, so einfach funktioniert es halt einfach nicht. Und dieser andere ist halt Handelshemmnisse, chinesische Importe. Da sagen sie, ja, aber das betrifft eben auch viele Felder, die nicht gehandelt werden. Ja, also Arbeitsplatzexport und so, das ist das andere. Also ich verlinke das mal, ich habe mir auch nur diesen Abstract durchgelesen, fand ich sehr interessant, würde mich mal interessieren, Wortmeldung von euch, vielleicht auch Interviewpartner, kann man mal dazu machen. Finde ich nämlich interessant, dass diese Monopol-Tendenzen bei diesen riesigen Internet-Globalisierungsfirmen eben nicht nur so, sagen wir mal, so regulatorische und rechtliche Implikationen haben, wie ziehen wir die eigentlich zur Rechenschaft, wie regulieren wir das eigentlich, sondern eben auch offensichtlich ein riesiges Gerechtigkeitsproblem offenbart. Verlinken wir Next. Genau. Anis Amri. Wir haben darüber berichtet, auch damals schon darüber gesprochen. Anis Amri, nur mal ganz kurz für diejenigen, die da nicht so tief drinstecken in der Thematik, das ist der Mann tunesischer Herkunft, der am 19. Dezember einen geklauten Sattelschlepper über den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert hat und dabei insgesamt zwölf Menschen umgebracht hat, wobei einer ist im LKW gestorben, nämlich der polnische LKW-Fahrer, den er erschossen hat und elf Menschen sind glaube ich auf dem Weihnachtsmarkt gestorben. Genau. Und da hatten wir damals schon gesagt, dass es ja offensichtlich mehrere Möglichkeiten gegeben hätte, diesen Mann irgendwie zumindest zeitweise festzusetzen oder vielleicht sogar ganz abzuschieben. Unter anderem spielt er eben auch einen großen Teil der Geschichte in Berlin, wo er lange überwacht wurde, wo sein Telefon abgehört wurde und wo auch rauskam, dass er irgendwas mit Drogen zu tun hatte. Aber die Nachricht damals war, naja, das ist ja nur ein kleiner Dealer gewesen, das war eigentlich nicht weiter der Rede wert. Da konnte man jetzt nichts weiter machen und deswegen wurden auch die Abhörmaßnahmen und die ganze Überwachung wurde eingestellt. Das war bislang Aktenlage quasi. Und deswegen ist er halt durch die Bundesrepublik gereist und deswegen konnte er diesen Anschlag verüben. So, dann hat aber der Berliner Senat einen Sonderermittler eingesetzt, Bruno Joost, der das Ganze mal nachverfolgen sollte. Und nochmal reinzugucken, was genau ist da eigentlich wirklich passiert. Und da ist jetzt Erstaunliches bei rumgekommen. Nämlich erstens ist bei rumgekommen, Anis Amri war alles andere offensichtlich als ein kleiner Drogenhändler, sondern er hatte wohl massiv mit Drogen zu tun. Ja. Und das zweite, was rausgekommen ist, die Ermittler im LKA Berlin haben wohl einige Dokumente zu ihm und zu ihren Erkenntnissen über ihn nachträglich manipuliert und oder zurückdatiert. Ja, und zwar geht es da vor allem um die, wenn ich es richtig gesehen habe, um die rechtliche Einschätzung dieses Treibens von Anis Amri. Da war nämlich die Frage, ist er jetzt eben Kleindealer oder wie es eben eigentlich mal hieß, also oder andersrum, in diesem Vermerk aus dem Januar, den man zurückdatiert hat auf November, heißt es jetzt eben, er ist Kleindealer. Und früher mal gab es aber einen anderen Vermerk, in dem eben die Rede davon war, dass er gewerbsmäßig und bandenmäßig Handel mit Betäubungsmitteln betrieben hat. Und die Konsequenz von gewerbsmäßig und bandenmäßig Handel treiben ist einfach eine wesentlich höhere Strafe. Und wie man weiß, ob man einen Haftbefehl beantragen kann, das liegt daran, ob es einen Haftgrund gibt. Und einer der zentralen Haftgründe ist die sogenannte Fluchtgefahr. Und wiederum für Fluchtgefahr ist wichtig eine hohe Straferwartung. Das ist also ein ganz zentrales Argument für Fluchtgefahr, wenn derjenige sehr wahrscheinlich eine hohe Strafe bekommt. Deswegen, wenn jemand gewerbsmäßig und bandenmäßig Handel mit Betäubungsmitteln betrieben hat, ist es viel leichter, einen Haftbefehl zu beantragen oder überhaupt nur möglich, als wenn es ein Kleindealer ist. So, der Verdacht ist jetzt, und der im Raum steht, die Ermittler haben diese Dokumente manipuliert, weil sie vertuschen wollten, dass sie eines Amri hätten festsetzen können oder sogar müssen. Und er somit diesen Anschlag nicht hätte verüben können. Genau, das ist so ein bisschen, aber das ist ja schon sehr komplex und ich finde es wichtig, dass wir diese Ebenen so ein bisschen trennen, weil das auch in der Presse ganz häufig durcheinander geht. Also erstmal Situation November 2016. Wie wir jetzt wissen, wurde damals ein Vermerk geschrieben, in dem stand gewerbsmäßig und bandenmäßig. November 2016, also ein Monat Rounddown vor dem Anschlag. Ganz genau. So, das heißt, jetzt schreibt die Presse, aha, da hätten sie ihn ja verhaften müssen. Genau, und da muss man sagen, das ist eine Verkürzung. Also man hätte ihn nicht unbedingt verhaften müssen, sondern man hätte wohl deutlich leichter einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellen können. Aber es gibt nirgendwo im Gesetz eine Regel, wo steht, wenn ein Haftbefehl beantragt werden kann, dann muss das auch geschehen. Sondern das können die Ermittlungsbehörden tun, das werden sie auch normalerweise tun, wenn nicht irgendwelche Gründe dagegen sprechen. Das heißt also, normalerweise sind Polizeibeamte natürlich nicht so drauf, dass sie sagen, ja, wir können den festnehmen. Und wir haben auch Beweise, aber lassen wir ihn mal laufen. Was gibt es denn für Gründe, jemanden nicht festzunehmen, obwohl man es könnte? Gerade im Bereich Betäubungsmittel muss man sagen, geht es eben sehr, sehr häufig um Bandenstrukturen, also um ganze Tätergruppen. Auch in diesem Fall ist ja eben von bandenmäßigem Handel die Rede. Bande bedeutet mindestens drei Leute, die müssen irgendwie gemeinsam sich zur Tatbegehung erschlossen haben. Es muss sowas wie einen Bandenwillen geben und so. Und wenn man jetzt, ich kenne natürlich die Akten nicht, das muss man immer dazu sagen, aber denkbar wäre zum Beispiel, dass man wusste, Anis Amri, den haben wir entwickelt. Aber da gibt es Hinterleute und wer das jetzt ganz genau war, das wissen wir nicht. Aber wir wollen natürlich möglichst nicht nur Anis Amri hochnehmen, sondern die ganze Bande, um den Sumpf auszutrocknen insgesamt und nicht nur eine Sumpfpflanze auszureißen. Und deswegen lässt man ihn möglicherweise noch so ein bisschen laufen, überwacht ihn und versucht die Hinterleute zu finden. Das wäre ein denkbarer Grund. Gut, also man kann sagen, sicher im Lichte der Ereignisse, die im Dezember geschehen, eine Fehlentscheidung ihn nicht zu verhaften, wenn man es hätte machen können, aber kein, sagen wir mal, justiziables Versagen per se. Nein, also dass man ihn damals nicht hat festnehmen lassen, halte ich persönlich für absolut vertretbar, ohne die Akten zu kennen, aber vielleicht war es im konkreten Fall unvertretbar. Das kann ich nicht ausschließen, aber sagen wir mal so, in dieser Situation, so wie sie sich in der Presse darstellt, ist es aus meiner Sicht völlig vertretbar, ihn nicht sofort festnehmen zu lassen. Es stellt sich nur raus, dass das dann möglicherweise ihn davon abgehalten hätte, im Dezember diesen Anschlag zu begehen. Aber mal ganz ehrlich, die Frage Haftbefehl wegen Drogenhandels ist eigentlich völlig zu trennen von der Frage, wird dieser Typ später mal Terrorist? Also natürlich gibt es einen inneren Zusammenhang, aber man kann jetzt eigentlich nicht den Beamten, die im November darüber zu entscheiden hatten, vorwerfen, dass sie nicht diesen Anschlag verhindert haben. Das ist zwar quasi, kausal ist das so, ja. Aber sie wussten, sie hatten ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, diese ganzen Erkenntnisse, die irgendwelche anderen Geheimdienste über ihnen hatten, wahrscheinlich nicht. Genau, und das muss man sagen, und da wiederum kommen wir jetzt zurück zu unseren ausführlichen Folgen, die wir ja hatten über den Fall Breitscheidplatz. Denn natürlich ist eigentlich das kein Grund, als solches Anis Amri festzunehmen. Aber natürlich muss man bei so einer taktischen Überlegung, nehmen wir den jetzt schon fest oder lassen wir den noch ein bisschen laufen, die Gefährdungslage so ein bisschen im Blick behalten. Und da wiederum finde ich die eigentlich spannende Frage, wussten die von dem islamistischen Hintergrund von Anis Amri? Und da ist ja der spannende Punkt, das waren ja gerade nicht die Beamten, die mit Drogenhandel beschäftigt sind, sondern die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, sind ja gerade die Leute, die für Terrorismusabwehr zuständig sind. Und dann wird es nämlich spannend, wenn das jetzt Drogenfahnder gewesen wären, die einfach nur aus der Perspektive Drogenfahnder sagen, lass uns lieber die ganze Bande hochnehmen, d'accord. Aber darum geht es ja nicht, das waren ja gerade nicht die Drogenfahnder, sondern selbst die Leute, die für Terrorismusabwehr zuständig waren, haben offensichtlich eine Fehleinschätzung von Anis Amri vorgenommen. Und das wiederum wäre dann natürlich problematisch, wenn also auch die Terrorismusleute nicht Bescheid wissen. Das ist schon schlimm genug, wenn die Drogenleute es hypothetisch nicht gewusst hätten. Auch da würde man sich wünschen, dass die Behörden sich besser abstimmen. Aber wenn die Terrorismusleute, wie gesagt, eine naheliegende Möglichkeit, ihn hops zu nehmen, haben verstreichen lassen, dann wird es unvertretbar. Wie gesagt, um das klar zu kriegen, aus der Perspektive Drogenhandel kann es vertretbar sein, aus der Perspektive Terrorismusabwehr, bei all dem, was man über ihn wusste, hätte man, denke ich, schon sagen müssen, ist doch super praktisch. Ja, den Terrorismus können wir ihm zwar nicht nachweisen, aber den Drogenhandel ziehen wir in wenigstens mal zwei Jahren aus. So, und dann kam die Manipulation. Ja. Was haben die da gemacht? Und das ist eben ein ziemlicher Kracher, dieser Sonderermittler Joost hat eben sich nicht nur die Papierakten zeigen lassen, die waren quasi sauber, da gab es halt ein Vermerk vom Januar, äh Quatsch, ein Vermerk vom November, ja, sondern der hat sich, der hat sich auch die Dateien im Computer mal angeguckt und der hat halt festgestellt, oh lala, da gibt es ja eine ältere Fassung desselben Vermerks und in dem steht dann mit einmal nicht Kleindealer, sondern da stand, wie eben früher offensichtlich tatsächlich mal die Erkenntnislage der Polizei war, gewerbsmäßiger und bandenmäßiger Handel. Das heißt also, weil es eben diese zwei Verfassungen des Vermerks gibt und in den Papierakten, aber ich habe meine Kenntnisse da aus der Berliner Morgenpost, ähm, nur ein Vermerk war, dachte der, ja, das ist hier offensichtlich versucht worden zu vertuschen, ja, anstatt dass man sich offen hinstellt und sagt, hey, sorry, wir haben damals diese Entscheidung getroffen, warum auch immer, war falsch, wissen wir heute auch, sorry, ja, hätte man und dann vielleicht aufklärt, wie es zu der Fehlerentscheidung kam, hat man halt versucht, ähm, so zu tun, als hätte man von dem ganzen bandenmäßigen und gewerbesmäßigen Handel damals nichts gefunden. Und nun? Um eigenes Fehlverhalten zu kaschieren oder potenzielles Fehlverhalten, wie gesagt, es gibt ja sogar Erklärungsversuche, ne? Ähm, und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, denn da muss man halt einfach sagen, da werden dann Beamte letztlich zu betrügern, im untechnischen Sinne, zu betrügern im eigenen, ähm, in eigener Sache. Das kann nicht wahr sein, ich muss einfach von einem Beamten, äh, erwarten können, dass er quasi die, den Grundsatz der Aktenwahrheit einhält, ne? Und dass das einfach stimmt, was in den Akten steht und nicht irgendwelche Sachen manipuliert werden. Das geht, das geht gar nicht und das ist aus meiner Sicht jetzt auch der Kern des Vorwurfs. Also die Fehleinschätzung ist schlimm, aber, ähm, damals, weil es im Nachhinein eben fatale Folgen hatte, aber das Manipulieren der Akten geht gar nicht und, ähm, es wird jetzt allgemein damit gerechnet, dass mindestens der Chef des Bedienerlandes Kriminalamts gehen muss, ein Herr Steierhoff. Na gut, wenn nicht, wenn nicht der Polizeipräsident, äh, der Innensenator kann nicht mehr gehen, das war nämlich Frank Henkel von der CDU und der ist ja schon nicht mehr im Amt. Wunderbar, ähm, genau, wir sind jetzt schon so ein bisschen, sagen wir mal, unserer Zeit voraus, also eine anderthalb Stunden haben wir. Genau, äh, vielleicht nur noch ganz kurz, Kurzmeldung, äh, in Schweden ist das Verfahren gegen Julian Assange eingestellt worden, äh, ihr erinnert euch, äh, gegen Julian Assange lief da seit mehreren Jahren ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Sexualdelikte und, äh, die schwedischen Behörden wollten ihn zunächst mal befragen und haben deswegen seine Auslieferung beantragt aus Großbritannien, deswegen hat er sich in die Botschaft Äquadors geflüchtet und sitzt da seit Jahren fest. Und nun, wie gesagt, ist in Schweden das Verfahren eingestellt, was das jetzt konkret bedeutet, ob Julian Assange dann bald ein freier Mann ist, weiß man nicht, denn, ähm, es laufen ja auch in den Vereinigten Staaten Ermittlungen gegen ihn und die spannende Frage, finde ich, ist, was passiert denn eigentlich, wenn er jetzt aus der Botschaft rauskommt, nehmen ihn dann möglicherweise die Briten fest, um ihn nach Washington auszuliefern, Philipp, weißt du das? Also ich weiß, ich muss gestehen, das weiß ich nicht, aber, äh, wir konnten das so schnell jetzt auch nicht recherchieren, das ist quasi reingeplatzt heute Mittag, ähm, was jetzt konkret die Folgen sind, aber jedenfalls das Verfahren ist eingestellt und damit jedenfalls mal ein Grund für seine Auslieferung nach Schweden entfallen. Ich habe zum Schluss noch einen Filmtipp, äh, da habe ich mich die letzten Tage viel mit beschäftigt und, ähm, das ist ein politisches Thema, was hier, finde ich, oft angeklungen ist und was ihr euch unbedingt angucken müsst. Der Film heißt Zwischen den Stühlen, äh, ist ab, äh, heute in den Kinos, nee, ab Donnerstag, ab gestern in den Kinos und es geht eigentlich anderthalb Stunden, äh, um, um die Lehrerausbildung in Deutschland. Der hat, äh, der hat drei Referendare, zwei Frauen, einen Mann begleitet, wie sie an der, ähm, Gottfried, am Gottfried Kellergymnasium ihr Referendar beginnen, also die haben sozusagen ihren theoretischen Abschluss an der Uni gemacht, ja, haben Lehramt studiert und dann kommen sie zwei Jahre an die Schule und werden sozusagen ins kalte Wasser geworfen und sollen sozusagen den praktischen Teil A lernen, sie sollen halt unterrichten und sie sollen aber parallel eben auch noch von ihren Lehrerlehrern in Seminaren ausgebildet werden und sie werden halt permanent geprüft, da kommen halt Leute in die Klassen und überprüfen sie und dann werden sie Lehrer und das ist wirklich ein echt schmerzhafter Film zu gucken, das kann ich nicht anders sagen, das ist physisch anstrengend und es tut weh, wie kaputt dieses System ist, weil klar wird, die Lehrerrekrutierung, die Rekrutierung für einen der wichtigsten Jobs, die wir hier in Deutschland haben, ist eigentlich Zufall. Ob da die richtigen Leute reinkommen, ja, oder nicht, ob die Falschen abgeschreckt und vergrault werden und fertig gemacht und aussortiert werden oder nicht, ist Zufall. Das hängt davon ab, an welche Lehrerausbilder du gerätst, das hält davon ab, an welche Schule du gerätst, aber das ist auf so vielen Dimensionen kaputt und ich spiele mal kurz ein, zwei O-Töne, damit euch das so ein bisschen kommt, weil die haben es schon echt in sich. Also der erste zum Beispiel, den ich hier habe, da muss man sich, da muss man sich, da muss man sich vorstellen, die Katja, die ist da jetzt in das Referendariat reingekommen, die wollte Lehrerin werden, ist jetzt quasi ein halbes Jahr in diesem Referendariat, hat unterrichtet, Stress gehabt und so und ist dann im Urlaub und sagt dann, warte mal, ich muss mal aufpassen, sonst ist das hier nicht die, nicht die, nicht die Rübe weg. Ja, das ist immer bei den Einspielern, die sind immer sehr laut. Brät, weil die, weil die relativ laut war, aber das regulieren wir danach. Ja, ich kann schon mal dein Hämchen so ein bisschen lüften. Ich lüfte mal das Hämchen hier, genau. Und dann startet die Anja. Also die Anja sagt irgendwie, während ihrer Ausbildung. Ich kann verstehen, dass viele Lehrer am Burnout leiden. Kann ich voll und ganz verstehen. Ich kann das erste Mal wirklich nachholzen. Weil das so Druck ist und irgendwann, ich bin noch neu, ich bin total frisch drin und fühle mich schon völlig ausgelockt und leer. Wie soll das gehen? Wie soll ich da 35 Jahre durchhalten? So, wenn das so weitergehen sollte. So, das muss man sich vorstellen, so ist die quasi während ihrer Ausbildung drauf. Und das coolste Zitat fand ich eigentlich vom Schulleiter am Ende der Ausbildung, als dann der eine übernommen wird. Der wurde dann intronisiert und sozusagen willkommen geheißen als erwachsener Lehrer von dem Schulleiter mit den Worten. Also dann kommt auf sie zu, sie kriegen den Klassenlehrer. Ja, das ist klar. Als erstes wird man immer Klassenlehrer. Sie kriegen die Klasse, die sonst niemand haben will. Sie werden jede Menge Theaterbesuche und Exkursionen machen. Und werden nach etwa acht bis neun Monaten die erste schwere Ehekrise bzw. Beziehungskrise zu überwinden haben, die sie wahrscheinlich meistern werden. Und dann kommen nach zwei bis drei Jahren, denn sehr viel länger werden sie diese Überlast nicht durchhalten, kommt dann die Überlegung, werde ich nun zum Berufszyniker oder aber finde ich noch einen Weg, für mich meine Ansprüche und meine Möglichkeiten gut auszutarieren. Und das wird nach dem Referendariat nochmal eine sehr spannende Zeit. Und ich habe den Schulleiter dann gefragt, wie das eigentlich sein kann, dass trotz 20, 30 Jahren Forschung, Ausbildung, Reformen und so ein wichtiges System wie diese Lehrerausbildung immer noch nicht dazu führt, dass Lehrer und Schüler glücklich sind. Und da hat er gesagt? Ich würde eher danach fragen, ruft das System heute genauso viele Verletzungen hervor wie vor 30 Jahren? Und da meine ich, es ruft glücklicherweise weniger Verletzungen hervor. Und das wäre doch auch schon mal ein Fortschritt. Und das ist eine interessante Perspektive, das Bildungssystem danach zu bemessen, wie wenig Verletzungen es bei denen hervorruft, die da drinstecken. Und da muss ich sagen, also da hat jemand seine Ansprüche so dermaßen runtergeschraubt, dass mir da echt die Worte fehlen. Ja, das ist natürlich schon ein extrem bescheidener Maßstab. Die Schule soll natürlich Menschen im Zweifel, idealerweise soll sie Freude machen und sie soll jedenfalls Menschen besser machen. Und es ist sicherlich ein viel zu bescheidener Anspruch, wenn sie Menschen nicht kaputt macht. Aber ich muss gestehen, als ich da jetzt so zugehört habe, musste ich auch so ein kleines bisschen im Kopf schütteln. Also ich bin natürlich schon ein paar Jahre raus aus der Schule. Aber ich habe in meinem nächsten Umfeld eine ganze Reihe von Leuten, die in der Schule tätig sind, an der Grundschule, am Gymnasium. Und die schildern natürlich schon auch eine hohe Arbeit, also als Lehrer oder Lehrerin. Und die schildern schon eine hohe Arbeitsbelastung, aber sind zugleich wahnsinnig glücklich mit ihrem Beruf. Das muss man der Vollständigkeit hervorher sagen. Also ich glaube, es gibt, was da jetzt rüberkommt, das ist halt auch der Blick von den Leuten, die halt nicht klarkommen mit dem Job. Pass auf, es ist vor allen Dingen der Blick auf das Referendariat. Das ist eine ganz spezielle Phase, in der sie einerseits unterrichten als Neulinge, ohne Praxiserfahrung, diesen Stress an der Backe haben. Und dabei beurteilt werden. Und dabei beurteilt werden und dabei, und das sagte der auch, einem Anspruch ausgesetzt sind, den sie nicht erfüllen können. Sie müssen einerseits quasi Uni-Theorie in Berliner Schulpraxis umsetzen. Das heißt, sie müssen sich einerseits um die Schüler kümmern, emotionales Verhältnis aufbauen und gleichzeitig Fortschritt machen, Fortschritt machen, Fortschritt machen. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen Anspruch der Prüfer des Prüfsystems an sie und Anspruch der Praxis in der Schule, das sagt auch der Schulleiter, das ist nicht in Deckung zu bringen. Und in diesem Spannungsverhältnis gehen die Leute kaputt. Ich habe auch mit anderen Referendaren gesprochen, ich habe bei Twitter ein bisschen rumgefragt, mit einigen telefoniert. Und die haben gesagt, ja, mein Referendariat war auch scheiße. Das ist jetzt zwei Wochen her. Und seit ich mit dieser Prüfung scheiße los bin und in Ruhe meinen Unterricht machen kann, bin ich total zufrieden. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Das deckt sich auch mit dem, was eben so die Lehrerinnen und Lehrer in meinem Umfeld alle sagen. Ihr Referendariat ist furchtbar, aber wenn du das mal hinter dir hast, dann wird es auch. Aber da steigen natürlich auch Leute aus. Und da war auch eine Frau dabei, eine Protagonistin, wirklich eine ganz weiche, sensible, empathische Frau mit großem Herz für Kinder. Die wäre da fast aussortiert worden, weil die das nicht durchhält. Ja, das ist natürlich okay. Aber das ist halt so, ich meine mal ganz ehrlich will ich nicht jammern, aber die juristische Ausbildung ist auch für viele Leute der blanke Horror. Also das ist natürlich jetzt nicht super. Und das soll auch nicht so bleiben, nur weil es immer schon so war. Aber ich finde, man soll jetzt auch nicht die Schule zu einem solchen Horrorarbeitgeber runterschreiben. Also ich kenne wirklich eine ganze Reihe Leute, die auch sehr glücklich sind als Lehrerinnen. Wunderbar. Kenne ich auch. Haben sich auch viel gemeldet. Wir machen. Ach ja, apropos, wir haben sehr wahrscheinlich doch bald einen Gast. Läuft das? Das ist noch nicht ganz raus. Das kann man noch nicht ganz raus sein. Das kann man noch nicht ankündigen. Wir haben uns überlegt, wir wollen mal wieder versuchen, ein bisschen mehr Gäste an Bord zu haben, geradezu bei Themen, von denen wir so zunächst mal nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben. Und Bildung gehört natürlich dazu. Ich meine klar, jeder meint, er hat was zu sagen zur Schule. Philipp, du hast immerhin noch einen aktuellen Einblick über deinen Sohnemann. Aber trotzdem, da wollten wir uns mal einen Experten holen. Und wir hoffen, dass das klappt. Wir sind da dran. Wir sind da dran. Die Lage für diese Woche ist ausführlich und abschließend erörtert. So ist es. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Falls dem so ist, schenkt uns ein paar Sternchen. Wir haben gesehen, in den letzten Wochen kamen wieder sehr viele, sehr, sehr freundliche Bewertungen auf iTunes dazu. Herzlichen Dank dafür. Das freut uns wirklich sehr. Und genau, dass es euch Spaß macht, ist für uns eigentlich die wichtigste Motivation, die Lage zu machen. Genau. Für die, die plus klicken, klicken wollen, klicken können, wäre jetzt die Gelegenheit. Das ist klar. Weil in dieser Folge machen wir tatsächlich ein bisschen ausführlichere Pre-Show. Ich habe es in der Post-Show, in der Pre-Show habe ich schon gesagt, ich war auf einer Konferenz öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zeiten des Populismus veranstaltet vom Deutschlandradio. und da waren drei ganz interessante Reden zu diesem Thema und die hängen wir jetzt sozusagen für die Abonnenten in der Post-Show mehr oder weniger unkommentiert einfach mal so im Full-Take hinten dran. Unser Bonus-Track. Unser Bonus-Track. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, auf Twitter gibt es auch manchmal Missverständnisse, hier wird überhaupt nichts irgendwie hinter einer Paywall versteckt. Die Lage ist und bleibt kostenlos. Wir freuen uns natürlich über Spenden und oder über ein Plus-Abo. Ihr könnt natürlich auch weiter eine Spende überweisen oder eben ein Plus-Abo abschließen. Aber die Lage als solche soll auch gratis bleiben. Das ist uns auch beiden sehr wichtig, eben als überzeugte Podcaster. Und wenn ihr denkt, irgendwas ist hinter einer Paywall, habt ihr irgendwas anderes falsch gemacht. Aber es ist jedenfalls keine Paywall. Genau. Also jedenfalls, wie gesagt, das ist jetzt einfach so Bonus-Track. Das kann man in der Lage nicht machen. Das hängen wir einfach hinten dran für alle, die es abonniert haben. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche. Und bis bald. Ciao.